Willkommen bei Hooked.fm, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über die Nintendo Direct, neue Infos zum Elden Ring DLC, Neuigkeiten zu Age of Mythology Retold und es gibt unsere Eindrücke zu Penny's Big Breakaway, Slave Zero X und Final Fantasy 7 Rebirth. Das alles und mehr jetzt bei Folge 460 von Hooked.fm. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked.fm. Ich bin Tom und mir zugeschaltet diesmal nicht aus Berlin, sondern aus der wohligen Heimat ist der Robin. Hallo, guten Tag. Gerade angekommen, sofort. Ich habe meine Mutter aus dem Weg getreten, die hat so, ah Schatz, so und ich weiß keine Zeit. Weckgebodycheckt. Weckgebodycheckt, bin schnell in mein Kinderzimmer gerannt und dann, also soweit ist es sehr alltäglich gewesen früher in meiner Jugend. Ich muss World of Warcraft spielen. Exakt, anstatt World of Warcraft zu starten, um meine Wolfsfreundin zu daten, habe ich mir meine Cola-Ca-Cola aufgemacht und Discord gestartet und meinen Arbeitsfreund gedatet. Hallo. Ach schön. Es ist jede Woche ein Date, das wir hier haben. Das finde ich ist ein schönes Framing hierfür. Ja, also deswegen kommt der Podcast auch diese Woche am Dienstag, weil wir nehmen es zwar am Montag auf, aber erst am etwas erweiterten Nachmittag und das würde nicht mehr passen mit einem Montags-Release, weil das dauert ja auch immer noch ein bisschen mit Schnitt und Hochladen und alles. Deswegen verzeiht bitte, für die zumindest, die das jetzt gerade frisch zum Release hören, die Leute, die eh erst Mittwoch oder Donnerstag reinhören, für die ist das ja egal. So Robin, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und eine schöne Woche letzte Woche, ein bisschen was Interessantes gespielt. Werden wir ja nachher noch zu kommen. So, oh ja, da haben wir sehr interessante Gespräche noch. Genau, Final Fantasy VII Rebirth ist das, was wir beide gespielt haben, aber wir haben noch ein bisschen was anderes für euch. Bevor wir allerdings dazu kommen, wollen wir noch über die Newsreden der letzten Woche angefangen mit etwas, das mich sehr gefreut hat, denn es gab mal wieder ein Lebenszeichen zu Age of Mythology Retold, das ja jetzt schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt wurde, was mich ja auch sehr gefreut hat, weil ich das Original total mag. Und das, was wir jetzt gekriegt haben, war so ein Behind-the-Scenes-Sneak-Peak, nennt es Microsoft selbst, für das Spiel, das noch 2024 erscheinen soll. Das ist direkt die Information, die wir bekommen haben. Und zwar nicht nur für PC, sondern zeitgleich auch auf der Xbox, was ich sehr spannend finde, weil diese vergangenen Releases von Microsoft haben gezeigt, dass diese Spiele sehr gut auch auf der Konsole funktionieren können, weil sie da auch den Aufwand reinstecken, die Steuerung anzupassen auf dem Controller und sowas. Also das ist tatsächlich ziemlich schön, dass das hier zeitgleich passiert. Und wir hatten da so ein Video bekommen, wo Melinda Rose, die ist Art Director bei dem Spiel, bei den Entwickler World's Edge, ein bisschen was über, ja, vor allem die 3D-Grafik uns gezeigt hat. Denn wir haben so Szenen gesehen, wie Leute am Computer sitzen und Sachen machen. Und sie haben halt ganz random irgendwie drei Charaktermodelle von Nahem gezeigt. Medusa, Pegasus und den Titan, Cerberus. Und haben dann halt quasi darstellen wollen, ja, okay, die sind halt deutlich detaillierter, als sie dann eigentlich sein müssten, weil sie sind ja ziemlich weit weg. Und ich glaube, so nah, wie wir sie da gesehen haben in dem Video, werden wir sie im Spiel nie sehen. Und das soll wahrscheinlich einfach diese Absichtserklärung sein, dass hier ein signifikantes visuelles Upgrade drin steckt. Und wir haben auch noch zusätzlich dazu so ein paar Anpassungsinformationen bekommen. Zum Beispiel, dass wenn du Einheiten upgradest, das jetzt auch visuelle Auswirkungen hat, was halt vorher nicht immer der Fall war. Und auch, dass sie zum Beispiel die Titan ein bisschen stärker gemacht haben gegen Befestigung oder sowas. Also auch Balancing-Sachen, die da angepasst werden. Und das war ganz interessant. Wie sieht es dann bei dir aus, Robin? Du bist ja, ich glaube, du hast das Original nur so angespielt. Ich habe das nicht gespielt, also vielleicht mal angespielt, aber nicht über eine Demo hinaus. Deswegen keine große Erfahrung damit. Oder vielleicht mal in der Modernen für ein paar Minuten angeworfen. Aber ich fand das da richtig cool aus. Also allein optisch. Das ist etwas, was über, und das war ja bei Age of Empires 2 auch schon so, oder Definitive Edition. Das geht schon so ein bisschen über das hinaus, was man sich vorstellen würde. Also, weil das waren ja die HD-Editionen, die sie vorher mal gemacht haben. Und diese Definitive Editions sind echt ein ordentliches Upgrade. Und was du angesprochen hast, finde ich halt auch sehr cool. Und ich glaube auch, deswegen haben wir so lange nichts davon gehört, weil sie eben diesen Simultan-Release hier machen möchten mit der Xbox-Version. Weil das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Spielarten. Also, wenn ich von Age of Empires 2 ausgehe zumindest, wo ja wirklich Systeme umgebaut wurden, anders funktionieren, Automatismen eingebaut wurden. Das Spiel spielt sich ganz grundsätzlich, nicht ganz grundsätzlich, so weit will ich nicht gehen, aber in vielen Details ist die Spielbarkeit verändert. Und was du kontrollierst und wie du es kontrollierst. Und das ist ja der Grund, warum dann diese Ports oft halt nochmal so deutlich später kommen. Und ich vermute mal, dass sie die PC-Version bestimmt schon ein bisschen früher hätten fertig machen können. Aber ich finde es sehr cool, dass das so dann im Game Pass halt für alle gleichzeitig kommt. Ja, finde ich auch total super. Allein die Hintergrundmusik in dem Video hat mich sofort wieder nostalgisch eingelullt. Ich finde aber auch interessant, man sieht ein paar der Animationen in diesem 3D-Showcase, was sie machen, weil sie immer die Todesanimationen von der jeweiligen Kreatur gezeigt haben. Die wirken einfach wie die alten Animationen. Also, ich glaube, die sind die gleichen, weil die wirken zu steif, als dass sie neue Animationen werden. Ich glaube, das ist einfach der alte, ja, halt das, wie es damals war. Und ist, glaube ich, okay. Ich bin hier total gespannt drauf. Es gibt auch Screenshots von dem Spiel mehr inzwischen. Also, man sieht auch da ein bisschen mehr, wie generell auch die Umgebung aussieht. Und es ist ein signifikantes visuelles Upgrade. Also, es ist wirklich deutlich mehr als das, was wir mit diesen HD-Re-Releases bekommen haben, wo im Wesentlichen die Auflösung hochgeschraubt wurde und der Bloom-Effekt auf Anschlag gedreht wurde. Das sieht deutlich cooler aus. Und wir kriegen es noch in diesem Jahr. Nur wann, Robin? Wann ist die Frage? Ich glaube, da guckt sich Microsoft einfach an, wo sie eine Lücke haben, wo sie ein bisschen was rein... Microsoft nicht immer eine Lücke? Sollte man meinen. Aber dieses Jahr sieht es eigentlich ganz gut aus, oder? Sollte nicht Avowed dieses Jahr kommen und noch ein bisschen anderes Zeug? Ja, 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 ja. Also, da können Sie sich, glaube ich, auswählen. Genau. Ich finde, es wäre ein super Sommerspiel. Ich bin für Sommer. So. Wir hatten die Nintendo Direct in der letzten Woche, die wir auch live begleitet haben, bei der es durchaus eine Menge Spiele zu sehen gab. Aber die Direct hätte es trotzdem nicht gebraucht, unserer Meinung nach. Also, das war jetzt nicht der ganz große Wurf. Trotzdem ein paar interessante Details dabei. Zum Beispiel die Bestätigung, dass mit Grounded und mit Pentiment zwei Xbox-Spiele auf der Switch erscheinen werden. Und auch darüber hinaus, weil inzwischen wissen wir auch, dass die auch auf der PlayStation erscheinen sollen. Grounded am 16. April. Pentiment gibt es jetzt schon. Und was ganz lustig war, wir haben uns ja gewundert, wo denn HiFi Rush bleibt. Das wurde dann zeitgleich für die PlayStation angekündigt. Das kommt am 19. März auf die PlayStation. Für die Switch, also die Gerüchte nach wohl für die nächste Switch, aber für die aktuelle Switch scheinbar nicht. Ja, also ergibt durchaus Sinn für mich. Das wird dann ja sehr, sehr sicher bei der Switch 2 auftauchen. Das ist von diversen Insidern die Vermutung gewesen, dass da Sachen darauf hindeuten. Wir hatten ja auch den Leak von den Assets, die existieren, wo es ein Switch-T-Shirt genauso gab für den Charakter wie ein PlayStation-Shirt. Und das ergibt für mich durchaus Sinn. Ich vermute einfach mal stark, dass dort halt Tango selbst gesagt hat, die Spielbarkeit ist hier quasi nicht gegeben. Die Framerate ist zu niedrig, die Performance ist nicht gut genug, sodass wir bei unserem Spiel, wo es ja um Rhythmuseingaben geht und eine extreme Genauigkeit, dass wir das hier nicht gut genug hinbekommen. Und sicherlich war dann ja auch der Gedanke, und außerdem kommt ein halbes Jahr später die Switch 2 dann auch. Das wissen wir, das ist mittlerweile noch ein bisschen weiter draus. Nämlich mindestens ein Jahr. Aber das ergibt für mich sehr viel Sinn, dass du bei einem Spiel wie High Fire Rush sagst, das können wir nicht auf die Switch 1 vernünftig bringen, während die da bei Grounded offensichtlich bereit waren, sehr große Zugeständnisse zu machen auf diese Plattformen, für diese Plattformen, sag ich mal. Vielleicht dachten sie sich, bei Grounded ist ein Survival-Spiel, das sind die Leute gewohnt. Ja, exakt. Das geht auch so ein bisschen ins Vieh, geht ein bisschen in das Feeling rein, ist alles schwierig, hier zu spielen, und es wehrt sich gegen dich. Ja, aber ich finde ganz schön, dass jetzt diese Bestätigung draußen ist. Ich finde, das hat sich sehr gezogen. Wir haben das jetzt so lange gehört, hier sind diese Spiele, die irgendwie auf Xbox kommen, und jetzt ist das draußen, und da wurde so ein Drama drum gemacht in den letzten Monaten, für etwas, das es am Ende dann nicht so ganz wert ist. Also das Drama darum ist nicht wert. Dass die Spiele kommen, ist cool. Deswegen ist es ja kein Drama wert, weil diese Ankündigung in meiner Wahrnehmung etwas sehr objektiv einfach Gutes ist. Genau. Wenn es diese Spiele sind, da fällt mir jetzt kein Grund ein zu sagen, ah, dann wird Xbox wahrscheinlich morgen abgeschaltet werden. Genau, also geht mir ganz genauso. Shin Megami Tensei V Vengeance wurde angekündigt, eine geupdatete, definitive Version von Shin Megami Tensei V mit mehr Story-Inhalten, die am 21. Juni erscheinen soll. Da haben wir einen Trailer für bekommen, und dann gab es noch so eine japanische Show, die ein bisschen was erklärt hat. Und das fast schon für uns persönlich Aufregendste an dieser News ist, dass es halt nicht nur für die Switch kommt, sondern für alle Plattformen. Das heißt, wir müssen dieses Spiel nicht mehr nur auf der Switch spielen, wo es ja einerseits nicht so gut lief, und auch gering aufgelöst war, und so ein paar typische Switch-Probleme hatte. Mhm, genau, also Xbox, Playstation, PC, Switch ist das dann. Ich hatte dann auch noch mir nach ein paar weitere Infos dazu angeguckt, und die waren ja auch enthalten. Wir haben uns ja so ein Showcase noch angesehen danach, live. Das war aber nur auf Japanisch, stellte sich heraus, sobald das dann nicht mehr live war, sondern als Aufnahme veröffentlicht wurde, konntest du ohne Titel anmachen dazu. Und da gab es dann eine englische Übersetzung. Ja, war super bescheuert. Ich weiß nicht, ob du da auch noch mal drin stecktest, oder ob ich jetzt mal kurz aufführen soll, was das so bedeutet. Nee, das kannst du gerne machen. Weil das war ja nicht ganz klar, als wir das gesehen haben. Es gibt zu Shin Megami Tensei 4 so ein Ding, das war Apocalypse, und das war ein Sequel. Das war quasi 4-2. Das hier ist jetzt so eine Mischung aus Sequel und Erweiterung, wie man sie von Persona Royals zum Beispiel kennt. Du entscheidest dich nämlich am Anfang für eine von zwei Routen. Und die eine Route ist schlicht und ergreifend das, was du kennst, das alte Spiel. Die zweite Route ist die Vengeance Route, und die verändert sich dann so ab der Mitte. Da hast du vier neue Bösewichte, was halt so vier Dämonenschwestern sind. Du hast einen neuen weiblichen Hauptcharakter, den du triffst und mit dem du die Story erlebst. Und dann halt von der Mitte an ist das dann eine eigene Storyline mit, so wie ich das verstehe, auch anderen Bossen. Und das ist ein bisschen eine seltsame Art der Präsentation, weil sie sagen halt quasi, ja, du hast halt jetzt dadurch 160 Stunden Spielzeit, nämlich 80 Stunden für den alten Weg und 80 Stunden für den neuen Weg. Und es erscheint mir ein bisschen seltsam, dass es nicht entweder ein Sequel ist, also eine Sequel-Story, die einfach zusätzlich angeboten wird, zu dem, was du vorher gespielt hast. Es ist aber auch nicht was Integriertes, wie in Persona oder in vielen anderen Spielen. Also die meisten DLCs sind ja irgendwas Integriertes. Sondern es ist eine Alternativerzählung, wo du am Anfang auswählen musst, was von beidem du spielst. Weil mir als jemanden, der das Hauptspiel ja nie durchgespielt hat, unter anderem aufgrund der technischen Schwierigkeiten auf der Switch, aber nicht nur, ich hätte jetzt ganz gerne die Möglichkeit, diese Base-Version auch weiter zu spielen und dann einfach mit mehr Inhalten oder dann eine neue Kampagne in der Mitte zu haben oder sonst irgendwas, die werde ich dann quasi einfach nicht sehen, weil ich dann mir ja die Vengeance Route eher angucken wollen würde. Naja, aber alles, was du brauchst, ist ja eigentlich ein Save in der Mitte des Spiels, damit du von da aus dann später das neue anstellen kannst, oder? Du kannst nichts importieren. Das wurde gesagt. Es gibt keine Speicher, Datenspeicherübertragung. Oh, also wenn du Shin Megami Tensee 5 schon gespielt hast auf der Switch, dann musst du trotzdem von vorn anfangen? Also nein, Tom, das nicht. Weil sie haben gesagt, sie haben was eingebaut als Bonus. Sie wollten keine Daten übernehmen, aber du kriegst drei Dämonen gratis. Also die werden drei random Dämonen freigeschaltet. Was so fucking lustig ist, dass in diesem 100-Stunden-Spiel mit 150.000 Dämonen, du sagen kannst, oh, du hast das Spiel schon dreimal durchgespielt mit 500 Spielstunden? I got you, fam. Hier ist so zwei Myraplas. Ja, ja. Hier hast du eine Potion. Ja, das ist das Gefühl. Und das verstehe ich auch nicht. Also das weiß ich nicht, warum man das nicht hätte machen können, dass man dann irgendwie seinen Spiel schon mitnehmen kann und dann im New Game Plus direkt anfangen könnte, falls es das gibt. Oder halt wie ich dann irgendwo in der Mitte weiterspielen kann. Das geht nicht. Du musst halt wirklich dann am Anfang entscheiden, was von beidem du spielst, welches diese beiden Spiele. Und das ist es dann. Ich würde es eher auf einer anderen Plattform spielen wollen, da würde ich sowieso von vorn anfangen. Aber ich wüsste dann auch nicht, spiele ich erst die Vengeance-Route oder spiele ich die normale? Ich glaube, die Tendenz wäre erst mal, die normale Route zu spielen. Aber so oder so ist das müßig, weil momentan sehe ich das bei mir nicht, dass ich irgendeine dieser 80-Stunden-Routen spiele. Ich habe gerade erst so ein großes Spiel hinter mir. Komm, wir spielen da noch. Oh ja. Also ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mochte, als abschließender Satz dazu noch, ich mochte 5 in seiner Intention sehr. Ich fand halt, die Open World war dann im Endeffekt eher eine Schwäche. Und gemeinsam mit den technischen Schwächen ist es dann für mich so ein bisschen rausgefisselt, könnte man es nennen. Aber das Spiel hat trotzdem auch viele Stärken. Und sie haben ja gesagt, das soll ich auch erwähnen, dass diese Open World auch bearbeitet wurde. Und da würde ich jetzt nicht sofort wissen, ob das nur in der neuen Route ist oder ob die alte Route da auch bearbeitet wurde. Das weiß ich nicht. Aber sie haben ja Spielbarkeit verbessert. Das Herumbewegen in diesen offenen Welten war oft mega umständlich. Du konntest die Karte nicht sehen. Wie komme ich jetzt dahin? Sondern du musstest 10 Minuten Umweg rennen. Und dann hast du endlich verstanden, so komme ich jetzt dahin. Und man hat halt im Trailer gesehen zum Beispiel, dass es so ein ... Du konntest wie Sonic auf so einer Rail sliden, um irgendwo hinzukommen. Was dann ja schon offensichtlich so ein Ding ist, hier kannst du eine Abkürzung nehmen. Und genau so was braucht es. Es braucht so Unterstützung und Hilfen bei der Spielbarkeit, bei der Erkundung. Und wenn sie das machen und ich mich dann mehr auf das absolut hervorragende Kampfsystem konzentrieren kann, dann bin ich schon happy. Ja. Wir hatten mit Star Wars Battlefront Classic Collection noch eine Aspire Collection, die am 14. März erscheinen soll. die die Battlefront-Spiele zusammenbringt. Die es ja die ganze Zeit auch auf dem PC separat erhältlich gab. Ach so. Und ja, die kannst du problemlos auf GOG oder ... Aber einfach in ihrer Ursprungsform, oder? 10 Euro in ihrer Ursprungsform, genau. Ja, okay. Und die werden ja auch stark gemoddet auf dem PC. Also du kannst da auch noch einiges mitmachen. Und da gab es auch eine kleine Story drum, weil der Modder I am Shaman gemerkt hat, dass in dem Trailer Inhalte drin sind im Spiel, die ursprünglich nur in der Xbox-Version drin waren. Quasi so DLC-Inhalte, die er dann auf dem PC portiert hat, der Modder. Und er hat in dem Video das so erkannt, dass diese Mod aber noch eine veraltete Version seiner Mod ist und dass es davon eine geupdatete Version gibt. Weil das, was dort drin ist, sind stark modifizierte Daten dieser Charaktere. Und er hat das dann irgendwann später noch mal gemoddet, damit das quasi näher an den Original-Charakteren dran ist. So wie ich es zumindest verstanden habe. Und er sagt quasi mit so einem Zwinker-Smiley-Aspire, nutzt mal die geupdatete Mod. Genau, also es war nicht nur, dass es näher dran ist, sondern aus irgendeinem Grund war einem bestimmten Charakter falsche Animationen zugewiesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und daran kann man es dann erkennen. Ich muss sagen, das ergibt, also das passt für mich zu dem ganzen Aspire-Ding. So wenn ich daran denke an die Geschichte. Vielleicht haben sie so aus Cotor 2 gelernt. Weil bei Cotor 2 war ja das Ding, sie haben dieses Spiel ja auf der Switch verkauft in der Ankündigung, dass es ein kostenloses Update geben würde. Und in diesem Update sei dann diese Cut-Content-Mod enthalten. Und dann nach zwei Jahren oder so, wo Leute gesagt haben, wo bleibst du? Da haben sie gesagt, ja, doch nicht. Konnte man nicht. Hat nicht geklappt, tschüss. Also haben sie jetzt einfach gesagt, wir machen es einfach. Steuerung C, Steuerung V. Wir fragen niemanden. Wenn es drauf ist, ist eh dann. Also war vielleicht die logische Konsequenz daraus. Nee, ist natürlich scheiße. Also es ist halt doppelt scheiße, weil man ja merkt, dass, wie du erwähnt hast, die Person, die da für diese Mord verantwortlich ist, überhaupt nichts dagegen hat. Sie sagt ja nicht, das dürfen sie nicht oder so. Sie hat nichts dagegen, dass sie das machen. Warum dann nicht das in einer Zusammenarbeit regeln, die Person in die Credits schreiben. Wir hatten gerade erst, das sind ja beides Embracer-Sachen, wir hatten gerade erst mit Tomb Raider genau die Geschichte, wo ein Modder die Gelegenheit bekommen hat, ein eigenes Team aufzubauen und das Remastered zu produzieren. Das ist total unnötig und bescheuert, dass das so passiert ist. Wenn es denn so passiert ist, wie der Vorwurf hier ist, dann ist das total bescheuert. Genau, also wir kennen natürlich die genauen Details noch nicht, aber momentan sieht es zumindest so aus, als wären da die Inhalte genutzt worden von einem Modder, ohne sie zu crediten oder ohne den Modder auch anzuschreiben. Und das ist so leicht zu umgehen, weil die Fans in der Regel total dafür sind, dass diese verbesserten Sachen auch offiziell released werden oder dann ihren Weg ins Spiel finden und da glaube ich sehr bereit sind für Kollaborationen. Aber naja, so oder so am 14.03. erscheint diese Collection. In der Direct gab es dann noch so Sachen wie Penny's Big Breakaway, das ja geshadow-droppt wurde. Da reden wir aber nachher noch mal drüber, weil das hast du ja schon ein bisschen gespielt. Das ist auch auf so ziemlich allen Plattformen für 30 Euro erschienen. Wir haben so Spiele gesehen wie Ender Magnolia, ein Sequel zu Ender Lilies, das 2024 noch erscheinen soll. Und auch 2024 soll noch Epic Mickey Rebrushed erscheinen, wo wir beide ein bisschen schmutzeln mussten, dass dieses Spiel wieder kommt, weil das ein Wii-Release ist. Ein Release, der glaube ich durchaus seine Fanbase hat, aber der bei vielen, zumindest denen es so geht wie uns, die das so live mitbekommen haben, als Enttäuschung abgespeichert ist, weil Epic Mickey in den geleakten Artworks, bevor der offiziellen Ankündigung so cool aussah und dann war es dann trotzdem so ein kinderfreundliches und natürlich ist es das, aber so ein kinderfreundlicher, relativ austauschbarer Plattformer, der zwar ein paar Ideen hat, aber halt leider nicht so richtig, kann man nicht als großartig bezeichnen. Es war halt nicht Tim Burton kinderfreundlich, sondern es war so ein bisschen Disney-Standard kinderfreundlich und man hat sich eher so was Cooles, Einzigartiges davon erwünscht. Aber, also, erst mal muss ich sagen, wirklich Embracer-Ass, Embracer-Remaster, das kann nur, das weiß man sofort, wenn man weiß, es kommt ein Remaster zu fucking Epic Mickey, das kann nur von Embracer kommen. Das heißt noch Rebrushed, also das ist auch so ein richtiger Titel von denen. Ja, 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 aber das ist ein überraschend cooler Titel, dass es nicht irgendwie Remickied oder so weiter heißt, Remoused, irgend so ein Quatsch. Und ich finde es halt ganz cool, weil das ist halt ein Exklusiv-Titel gewesen, der dann ja auch wirkliche Änderungen bekommen muss, weil ja die Steuerung auf die V-Mode ausgelegt wurde und dass man da einen Multi-Plattform-Release nochmal von bekommt, das ist ganz cool. Genau, das Sequel kam zwar auch auf anderen Plattformen raus, aber Epic Mickey 1 war Wii-exklusiv. Und Epic Mickey 2 scheint ja auch nochmal schlecht, also kam nochmal deutlich schlechter weg als der erste Teil. Das habe ich auch damals gespielt, das war nicht gut. Endless Ocean Luminous war aus Gründen der Closer dieser Show, das große Abschlussding, nachdem wir noch ein paar Rare-Spiele gesehen haben, die auf den alten Konsolen für Nintendo Switch Online erscheinen, für Super Nintendo und Co. und das ist der dritte Teil der Endless Ocean-Reihe, die 2007 auf der Wii begann und 2009 dann noch ein Sequel bekommen hat, entwickelt tatsächlich, was ich nicht wusste von Arika, das sind die Leute, die halt Street Fighter EX gemacht haben, die an Tekken mitgearbeitet haben, die Fighting Ex-Layer gemacht haben, also das sind auch voll die Fighting Game. Die brauchst du was Entspannendes. Ja, die zwischendrin halt diese Ocean-Spiele machen, weil schon vor Endless Ocean gab es ein Spiel auf der Playstation 2 namens Everblue. Das hat original drei von zehn und vier von zehn Wertungen bekommen, habe ich vorhin mal nachgeschaut. Umso mehr bin ich jetzt eigentlich, ist meine Neugier weg, dieses Spiel mal spielen zu wollen. Ja, und das ist hier auch wieder, du erkundest den Ozean, über 500 verschiedene Tierarten, die du entdecken kannst und aus irgendeinem Grund 30 Spieler Multiplayer. Das ist der Punkt, der mich dann so ein bisschen, wo ich dann traurig rausgehe, weil ich finde, Das ist seltsam. Ja, unabhängig von der generellen, wie viel Bock man drauf hat auf Multiplayer, ich finde, es passt halt einfach nicht so ganz zu der Kernintention, die ich damit assoziiere. Das sage ich als jemand, der das Spiel selbst nie gespielt hat, der aber Bock drauf hätte, das zu spielen. Und für mich ist es sehr, tritt es dieser Immersion sehr entgegen, dass du so ganz ruhig durch diese Meere schwimmst und mit diesen Fischen interagierst. Wenn ich halt ständig Leute um mich rum sehe, die mit ihrem Nutzernamen über dem Kopf ebenfalls so da rumschwimmen. Das ist eine sehr andere Mood in meiner Wahrnehmung, als diese dann beruhigende Mood, die ich sonst damit verbinde. Kann natürlich auch anders gehen. Es gibt auch zahlreiche Multiplayer-Titel, die eher auf sowas Ruhigeres abzielen. Ich glaube, ich hätte mich einfach mehr gefreut, wenn es quasi noch einmal was wäre, wie das Ursprungsspiel, damit ich das mal spielen könnte. Weil selbst wenn ich das jetzt spiele, dann werde ich, glaube ich, keine nicht gezwungener Wartenmaßen auch ein Gefühl dafür bekommen, was die ersten beiden Spiele gut gemacht haben. Ich glaube, es waren zwei, oder? Genau, es sind zwei. Ja, was mich so ein bisschen irritiert und ich weiß nicht, ob das einfach der Switch-Effekt ist oder was mit den Generationen zu tun hat. Aber wenn ich mir die Grafik der alten Spiele anschaue, der Wii-Spiele, dann finde ich das ästhetisch ansprechender, weil es ja noch in dieser eigentlich Playstation-2-Grafik-Generation drin steckt, als das, was wir momentan haben, was halt aussieht wie ein Spiel auf niedrigen Details an vielen Stellen immer noch ganz gut. Also ich finde, manche der Szenen, die sie im Trailer gezeigt haben, sehen auch erstaunlich gut aus für die Switch oder die Charaktermodelle oder ja, Fischmodelle, die du so siehst. Also es ist jetzt, finde ich, kein hässliches Spiel, das will ich damit nicht sagen. Aber auch so ein Spiel, was vielleicht dann von einer Hardware-Generation mehr profitieren würde, wo sie aber noch ganz gut was rausholen aus der Switch, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht leidet es auch einfach unter diesem Eindruck, dass da 30 Leute mit dir rumschwimmen und dass du ständig diese weißen, unverschnöckelten Spielernamen hast, die du hoffentlich ausblenden kannst. Weiß ich nicht. Exakt. Ja, weiß ich auch nicht genau. Da wäre ich interessiert dran, mehr von zu hören. Aber auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ein seltsamer Rauswerfer für diese Direct. Genau. Kommt am 2. Mai. Und das war so ein bisschen die Direct. Also die war halt so eine typische End-of-Life-Konsolen-Direct, wo du merkst, okay, die ganz großen Sachen, die werden sich wahrscheinlich gerade aufgehoben für den Launch der Switch 2, wann auch immer er dann kommen mag, angeblich nächstes Jahr. Und in diesem Jahr kriegen wir eventuell die Ankündigung. Aber das ist eine müßige Diskussion. Weißt du, was ich noch vielleicht erwähnenswert finde, was mir gerade einfällt? Wenn wir noch einmal kurz den Schritt zurück machen zu den Xbox-Ankündigungen, ist, dass im Zuge dessen ja auch sehr gehofft wurde, dass physische Versionen erscheinen von den Spielen. Das ist nun tatsächlich auch so, allerdings lediglich in limitierter Form über Limited Run Games. Das finde ich ganz interessant, weil wir halt hier Microsoft haben. Das sind ja Microsoft-gepublishede Spiele. Und wir hatten gerade erst die News vor ein paar Wochen, vor einem knappen Monat, dass bei den vielen Layoffs bei Microsoft wohl auch wesentliche Teile dieser Abteilungen verantwortlich waren, die die physischen Versionen veröffentlicht haben. Und das geht für mich so ein bisschen da rein, dass das so ein bisschen dem Glaubwürdigkeit verleiht, auch wenn Phil Spencer das dementiert hat in dem Interview. Sondern er meinte einfach, das war halt Überschneidungen. Deswegen gab es viele Leute, die die gleichen Jobs hatten nach dem Kauf. Aber wenn ich halt sehe, dass ihre eigenen, dass Microsoft-Spiele nicht von Microsoft gepublished werden, auch auf der Xbox nicht, in der Retail-Fassung, sondern von Limited Run Games, ich finde, das gibt dem schon Glaubwürdigkeit. Also ich glaube auch nicht, dass die physischen Spiele einen allzu großen Platz in der Zukunftsstrategie von Xbox einnehmen. Ich glaube aber, das war vorher schon so. Ich glaube, an dieser Tatsache hat sich nicht so groß was geändert. Und das ist nur so eine Schlussfolge dessen, was halt bedauerlich ist für die Leute, die diese Releases immer noch gerne hätten, wovon es immer noch viele Leute gibt, die dann immer auf diese gleichen limitierten Releases hoffen müssen und nach irgendwie einem halben Jahr kriegst du es schon nicht mehr, außer teurer. Also nicht nach einem halben Jahr. Tatsächlich, als Warnung, falls ihr da Interesse habt, ich habe die Pentium, seit sie gerade offen, sie sagen bis zum 24. März, also einen Monat hat man Zeit, um die zu bestellen. Danach gibt es das nicht mehr. Bis wann? Bis zum 24. März kann man es preordern und dann closen die. Bis zum 24. März, okay. Robin, Preisfrage. Kann man die Collectors Edition von Air Twister noch kriegen? Oh, das ist eine gute Frage. Air Twister. Nee, nee, ich habe schon nachgeguckt. Du sollst nicht nachgegucken. Ach so. Ja, ich glaube schon. Also, naja, ich weiß, ich habe halt mittlerweile 50 davon zu Hause. Deswegen könnte es vielleicht deswegen knapp geworden sein. Aber ich vermute, es gibt sie noch. Also, hier steht Playstation 5, Switch und PS4 wohl gerade sold out, die Limited Edition. Ja. Aber die Collectors Edition steht noch auf Pre-Order. Also, die kann man noch vorbestellen scheinbar. Das ist die mit der Figur. Genau. Und hier steht Releasedatum Early 2024. Also, eigentlich halt jetzt. Ja, aber da steht Exact Date to be announced. Also, das wirkt so, als ob da vielleicht nichts mehr announced wird. Ja, wer weiß. Also, das kommt wohl scheinbar noch. Naja. So, lassen wir die Nintendo Direct hinter uns. Wir hatten nämlich noch den Reveal des DLCs für Elden Ring namens Shadow of the Earth Tree, das auch am 21. Juni erscheinen soll, aber so am gleichen Tag wie Shin Megami Tensei 5 Vengeance, worüber sich Robin schon sehr gefreut hat. Und da haben wir diesen dreiminütigen Trailer bekommen und noch ein Interview mit mehr Details. Aber bevor ich dazu komme, nämlich den allgemeinen Eindruck einholen zu diesem Trailer. Robin, du als jemand, der Elden Ring jetzt auch so ein bisschen enttäuschend fand, aber damit am Ende trotzdem noch den Zugang gefunden hat. Wie fandest du den? Ich freue mich da drauf tatsächlich. Ich fand, das war cool. Es ist so ein, finde ich, so ein richtiges From-Software-DLC-Ding, dass du ja eine ganz besondere, feste Erwartung an den DLC in der Story hast. Nämlich, dass du hier dann den Bruder hast von Milenia, den du in dem Eye dort siehst, wo der seinen Arm rausguckt. Und das ist ja auch hier ein Fokus des DLCs. Aber dann hast du diesen scheinbaren Endboss, das ist der Titelcharakter. Und dann denkst du halt, dann trägt er natürlich seinen Namen. Aber nee, dieser Endboss, ich vermute, es ist der Endboss des DLCs, heißt halt, wie ist der? Der Mesma? Mesma irgendwas? Was einfach ein Name ist, den man noch nie gehört hat. Und das erinnert mich so sehr an viele andere DLCs. Vor allen Dingen so an Dark Souls 3, wo dann der Endboss ist halt Gale. Weißt du, du guckst dir halt an. Ja? Ich wollte nur sagen, bei Artorias zum Beispiel, Artorias ist ja nicht der Endboss von Artorias of the Abyss. Also es könnte auch sein, dass danach immer noch jemand anders kommt. Das ist sehr wahr. Das könnte vielleicht nur das Marketing sein. Du hast recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das fand ich einfach ein bisschen lustig trotzdem. Hier ist ein Rando. Oh, okay, es gibt eigentlich 500. Na gut, nehme ich den Rando. Und einfach in seiner Optik, in seiner Atmosphäre, in dem, was ich bei den Bossen gesehen habe, das sah sehr cool aus. Er hat auch was gesagt, was mich sehr beruhigt hat, vielleicht sehr erfreut hat, Miyazaki. Ist Miyazaki richtig? Ich vergesse immer. Miyazaki, Hidetaka Miyazaki. Dankeschön. Was er gesagt hat, nämlich, dass die Größe des Spiels, er hat sagte, es sei wohl etwas größer als dieses erste Bereich. Limgrave. Limgrave. Ein bisschen größer als Limgrave scheint der gesamte DLC zu sein. Und dazu hat er gesagt, das ist etwas, was mich ebenfalls sehr gefreut hat, dass sie an der Struktur ein bisschen gearbeitet haben, dass sie im Kern noch ähnlich ist. Aber sie wollten diese extrem feste Grenze zwischen Mini-Dungeon, Legacy-Dungeon, Open-World aufbrechen. Das war ja im Spiel, das ist einer unserer zentralen Kritikpunkte durchaus, dass du dann immer dein Icon hast oder du findest den Eingang und dann weißt du, aha, jetzt kommt dieses Mini-Dungeon, was immer die gleichen Assets nutzt, wo jetzt die gleiche Musik gespielt wird, wo ich wahrscheinlich den gleichen Bossgegner bekämpfe und dann bin ich da wieder raus. Und er sagte, ihre Intention bei dem DLC war, dass diese Grenzen hier aufgelöst werden. Es gibt immer noch Legacy-Dungeons, es gibt immer noch Mini-Dungeons, es gibt immer noch die Open-World, aber es gibt auch Zwischenschritte dazwischen. Es gibt Übergänge, wo man das nicht genau sagen kann, ist mir jetzt im einen oder anderen drin, was für mich einfach wie eine dynamischere Spielwelt klingt, die halt ein bisschen weniger diesen Charakter des Abarbeitens bekommt. Und das sind zwei Sachen, die mich sehr, sehr freuen. Dass es A, nicht so gigantisch ist und dass B, das, was da ist, ich meine, es ist immer noch sehr groß, Limgrif ist sehr groß, dass das, was da ist, weiter diese Formel entwickelt hat. Das finde ich cool. Da wäre ich auch sehr interessiert dran, ob und inwiefern es das dann weiterentwickelt hat, weil wie es sich dann wirklich anfühlt, ist natürlich die andere Sache. Aber er sagt außerdem noch, diese Interviews, die gab es halt mit IGN Japan unter anderem, aber auch mit anderen IGN Outlets, da sind sehr interessante Informationen drin. Deswegen wissen wir, dass das Land of Shadow heißt, in dem wir da unterwegs sind, dass es dort über zehn neue Bosse geben soll. Und er hat auch schon gesagt, dass Leute, die im Originalspiel so eine Herausforderung wie Melenia mochten, auch im DLC so etwas finden werden. Also da kann man schon mal Angst vorhaben, vor dem, was da auf einen zukommt. Dann auch optional, das war ja auch etwas, was er gesagt hat, was ich ganz interessant fand, dass es für ihn halt diese Challenge eine optionale Challenge sein soll, weil die so extrem ist, ist, dass sie für viele Leute da halt keinen Spaß mehr macht, was ja auch einzusehen scheint. Aber er scheint ja auch zu wissen, was ja auch korrekt ist, dass es durchaus ein Draw ist für viele SpielerInnen, dass es diese extreme Challenge gibt. Ich finde immer noch, dass das eine ganz schöne Art ist, um beide Lager vielleicht nicht komplett glücklich zu machen, aber um so einen Kompromiss zu finden, weißt du? Es ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Ich finde halt auch, in den letzten Spielen von From Software sind selbst die Hauptbosse immer härter geworden und teilweise ganz schön happig, aber ist auch eine totale Geschmacksfrage an dieser Stelle. Was ich auch interessant finde, ist, dass er gefragt wurde zu weiteren DLCs und Elden Ring 2. Zu beidem gibt es momentan laut Miyazaki keine Pläne, also momentan kein Plan für einen zweiten DLC, kein fester Plan für ein zweites Elden Ring. Dieser DLC hier ist jetzt der Fokus. Zu Armored Core wurde er gefragt, wo er gesagt hat, Teil 6 war erfolgreich. Wir hätten Lust auf mehr, also könnte sehr gut sein, dass es auch mehr Armored Core geben wird in der Zukunft. Und zu Bloodborne wurde er nochmal gefragt, wo er gesagt hat, ist nicht unsere IP, können wir leider nichts drüber machen. Also das liegt tatsächlich komplett in Sonys Händen. Leider. Er war da sehr enthusiastisch durchaus, wo er gesagt hat, so Bloodborne finden wir geil, aber ist halt nicht unser Ding. Liegt ihm auch am Herzen. Das ist auch was Seltsames, dass Playstation da nicht diesen offensichtlichen, einfachen, nicht einfachen, wir wissen nicht, wie viel technische Arbeit das ist, aber vergleichsweise einfachen Win sich schnappen. Also wirklich, kündige eine PC- und eine PS5-Version von Bloodborne an und die Leute fressen die aus der Hand. Ja, und wir hatten ja neulich erst die News, dass es das wohl mal gab vor Jahren, dass es dieses Vorhaben mal gab, laut mehreren Leuten, die sich auf anonyme Quellen berufen. Und das ist, ja, es ist zum Kopfkratzen. Aber wir kriegen jetzt erst mal Shadow of the Earth Tree am 21. Juni, mitten im Sommer. Und ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele Leute drauf. Bei mir ist es, bei mir ist es einfach kein Freuen mehr, das kann ich nicht mehr sagen zu dem Spiel. Ich finde, dieser Trailer sah hervorragend aus, einfach weil ich dieses ganze Art-Design hervorragend finde. Und da ganz viel Freude immer noch daraus ziehen kann. Meine Befürchtung ist, dass meine Spielerfahrung die gleiche sein wird wie mit Elden Ring. Allerdings diese Kommentare bezüglich der Struktur und dem, was bisher generell gesagt wird über den DLC, dass das halt so ein in sich geschlossenes und dann halt auch überschaubares Gebiet ist, das stimmt mich wiederum sehr positiv. Also vielleicht ist das dann diese Art Elden Ring, die mir auch wieder Spaß macht, weißt du? Das würde mich sehr freuen. Hattest du Dopsys Nachricht gesehen unter dem Livestream, was dann noch erscheint an dem Tag? Dieses Indie-Showzeit? Ja, das wollte ich auch nochmal erwähnen, weil das ist ja wirklich tragisch und da werden sie sicherlich noch einmal jetzt herangehen. Wie du gesagt hast, es gibt ein Indie-Showzeit namens Enotria, The Last Song, wovon ich tatsächlich noch nichts gehört habe, wo unser Lieblings-Community-Mitglied und Moderator Dopsi so informiert hat und ich bin ganz happy, dass er das gemacht hat, weil ich finde, das sieht echt ganz cool und hochwertig aus und das hat wirklich drei Tage vorher, wenn ich das richtig gesehen habe, also zumindest kurz vorher, einen Release-Day-Trailer bekommen für den 21. Juni und das ist schon, also da werden Leuten sicherlich das Herz in die Hose gerutscht sein, als sie diesen Trailer geguckt haben. Ich habe auch einen Tweet gesehen von dem Macher von Pacific Drive, weil das kam auch in der Woche raus, wo diese Direct war und, also wo das Ding war und er hat irgendwie vorher so getweetet, so er guckt sich das an und betet dabei, dass es keinen Shadow Drop gibt, sorry. Was ich sehr, sehr lustig fand. Ja, damit die Aufmerksamkeit nicht schwindet von unserem kleinen Indie-Release. Ja, das ist sehr lustig. So, wir haben noch eine kleine News zu Project L, falls ihr euch erinnert, das Fighting-Game der League of Legends-Leute, zwei gegen zwei Tag-Team-Kämpfe, hat jetzt einen eigenen neuen Namen, denn Project L war natürlich nur ein Projektname und das heißt jetzt 2XKO, also 2XKO, 2XKO soll 2025 erscheinen. Es wird in diesem Jahr noch Playtests geben auf der ganzen Welt, unter anderem auf der Evo Japan und also sie deuten zumindest an, dass es eventuell auch noch in diesem Jahr eine Beta geben wird, aber da ist es keine feste Ankündigung, es ist eher so ein Ja, vielleicht, wir gucken mal. Aber wie findest du denn den Namen 2XKO? Also ich muss mich mit da den Meinungen, die ich darüber auch gelesen habe und anschließend finde, es ist kein guter Name. Das wirkt für mich wie ein Name von jemandem ausgedacht, der zu sehr im Business drin steckt, weil das wirkt für mich wie so ein Term. Das wirkt für mich wie irgendein Begriff. Ich glaube, es ist kein Begriff, aber ich glaube, wenn du tief im Fighting-Game-Business drin steckst, dann redest du nur so, sodass das dann wie ein guter Name erscheint. Aber 2XKO, das hat für mich keine Verbindung zu irgendwas. Ja, es wirkt, finde ich, auch sehr seltsam. Es soll ja einfach kommunizieren, dass du zweimal K.O. schlagen musst, um zu gewinnen, weil es ist ja ein Tag-Team, du musst zwei Leute K.O. hauen, um zu gewinnen. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Ja. Aber was ich auch schon öfter gehört habe, ist, dass sie hier halt direkt auf die Community-Abkürzung gehen, statt erst einen richtigen Namen zu haben. Genau, so wird es auch. Weil man ja auch sowas wie Under Night Inbirth sagt ja keiner. Die Leute sagen Juni oder kürzen es anders ab. Oder Marvel vs. Capcom ist halt MVC, ne, abgekürzt. Und hier auch direkt 2XKO. Und das hat schon irgendwo ein Flow, ist aber auch ein bisschen hart, das zu sagen ständig. Und bin ich auch jetzt nicht der große Freund von, ich glaube, da hätte ein bisschen aufregender Name und ein Name, der vielleicht auch ein bisschen sprechender ist, mehr geholfen. Und es gibt Leute, die sagen, Project L finden sie, mögen sie lieber. Ich habe das bei Maximilian Dude gesehen, wo er meinte, er mag Project L lieber. So geht es mir jetzt nicht. Ich finde, Project L ist ein dämlicher Name für ein Spiel. Same. Das fände ich jetzt auch nicht gut, wenn es jetzt einfach so geblieben wäre. Aber 2XKO finde ich ist jetzt auch kein guter Name. Aber ein besserer Name als Project L, meiner Meinung nach. Ja, da bin ich bei dir. Aber schön, dass du diese Intention nochmal benannt hast, weil das ist es. Klar, das wirkt tatsächlich wie die Abkürzung von dem Spiel, von dem längeren Namen. Dann haben sie die Intention voll getroffen. Ich finde einfach, die Intention ist nicht so clever, weil ich hätte gerne noch irgendwie einen völlig, weil dann mach halt einen super bescheuerten, aber im Kopf bleibenden Namen aus 2XKO, weißt du? Weil du weißt, die nennen das eh alle 2XKO. Also dann wäre es irgendwie, weiß ich nicht, wie du es dann nennst, aber irgendwie ganz verrückt. Ich finde halt auch total interessant, dass keinerlei League of Legends Branding da drin ist im Namen. Also, dass es gar nicht erkennbar League of Legends ist. Natürlich, weißt du es dann sofort, wenn, oder die Leute wissen es dann einfach, aber das ist nicht irgendwie, weil ich hatte voll damit gerechnet, es hat irgendwie so einen Ein-Wort-Titel und dann da drunter League of Legends Brawl oder keine Ahnung, League of Legends Mailek. Ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass das ein direktes Ergebnis aus den Flops der League of Legends Story spielen ist und dass sie halt gesehen haben, was mich ja auch echt überrascht, dass halt der Name allein nichts bei dem Verkäufen hilft, weil ich hätte auch gedacht, allein, dass durch diese indizierte League of Legends Story heißen, wo du ja gerade letztes Jahr jetzt erschienen ist, dass sie dadurch Aufmerksamkeit bekommen, aber es war nicht so. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass das Leute abschreckt, weil sie denken, nee, mit League of Legends habe ich nichts am Hut, League of Legends macht mir keinen Spaß, also warum sollte mich dieses Sequel oder dieses Spin-Off tangieren? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Okay, soviel zu 2XKO. Kommen wir zu PSVR 2, machen wir direkt weiter mit den Abkürzungen, denn es gab einen PlayStation-Blog-Artikel über die PlayStation VR 2, in dem es vor allem um kommende und neue Spiele geht für die PlayStation VR 2, aber da wurde in einem Absatz auch erwähnt, dass Sony an einer Möglichkeit für PSVR 2-Spieler spielende Arbeiten auf zusätzliche Spieler auf dem PC zuzugreifen, so ist der Wortlaut in diesem Blog-Beitrag, wo eine Form von PC-Support, wie auch immer der aussieht, es werden keine weiteren Details genannt, es wird nur gesagt, es wird daran gearbeitet, auf zusätzliche Spiele auf dem PC zugreifen zu können mit der PSVR 2 und das allein, egal wie es aussieht, aber ich hoffe, es wäre einfach nur stinknormaler PC-Support für dieses Headset, ist schon mal cool, dass da noch was passiert mit dieser Plattform. Auf jeden Fall, wir hatten davor schon mal ein bisschen darüber geredet, was das heißt, aber wovor wir da ins Detail gehen, diese Zustimmung dazu, dass man halt, dass überhaupt von Sony in irgendeiner Art und Weise ein Hinweis kommt, dass ihr nicht bereits alles, was mit der PSVR 2 von eurer Seite aus zu tun habt, in die Mülltonne gekloppt hat, sondern noch aktiv in irgendeiner Art und Weise daran arbeitet, das finde ich auch, ist ein sehr, sehr positives Erlebnis. Genau. Ich fände halt super, wenn man einfach nur das Headset an den PC einschließen kann. Sony veröffentlichen vielleicht ihr Horizon oder sonst irgendwas auch auf PC, was natürlich noch mal deutlicher Extraaufwand wäre, das glaube ich tatsächlich nicht, dass das passiert. Aber wer weiß, also dass irgendwie so eine Art von Support stattfindet, weil das könnte alles Mögliche bedeuten. Die PSVR 2 ist ja offensichtlich nicht so wahnsinnig groß erfolgreich. Leute entwickeln nicht wahnsinnig viel dafür. Sony macht kaum was damit. Vielleicht sitzen sie einfach nur auf Inventar rum, dass sie loswerden möchten und PC-Leute sind jetzt ein Target dafür. Keine Ahnung, wäre ein sehr negatives Framing hierfür und ist auch nur reine Spekulation. Aber so oder so, ich fände es total super, wenn wir PC-Support kriegen und zwar vollen PC-Support, wenn ich einfach mein Headset am PC nutzen kann als ein Headset am PC. Das ist auch, davon gehe ich auch ehrlich gesagt aus. Ich finde die, also ich habe mich da auch nochmal reingelesen. Ich hatte dich so ganz doof immer wieder fragen müssen, wie sollte das mit dem Stream funktionieren? Ich habe das nicht so richtig verstanden, was das Argument ist, dass das was anderes bedeutet und ich verstehe es mittlerweile, glaube ich, ein bisschen. Ich halte es aber immer noch für unwahrscheinlich, weil ich glaube, da müsste man auch auf Software-Seite dann so viele neue Sachen entwickeln, dass das keinen Sinn ergeben würde für mich, einfach Aufwand und Nutzen. Ich gehe gerade davon aus und muss sagen, dass ich sehr enttäuscht wäre, wenn es was anderes ist, dass ich dann Ende des Jahres einfach über USB oder vielleicht muss ich mir ein extra Dongle kaufen, das fände ich auch okay, damit es irgendwie ein bisschen Strom bekommt oder sonst was, dass ich dann meine PSVR 2 an den PC anschließen kann. Naja, es ist HDMI über USB-C, soweit ich weiß. Und also so diese Art von Anschluss und den brauchst du schon am PC, also weil das, soweit ich weiß, in deine Grafikkarte müsste oder im Laptop haben wir halt extra Stecker dafür und unsere Laptops, wir haben ja beide den gleichen, haben so ein Ding auch, also nicht soweit ich weiß, haben so ein Ding. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit, aber es würde nicht automatisch an jedem PC funktionieren, glaube ich. Also es wäre schon abhängig von eurer Hardware. Ja, es ist interessant, genau. Und was du meintest, also Robin hat sich gerade auf ein Gespräch bezogen, was wir mal offline geführt haben, weil ich einfach aufgrund der Formulierung Angst habe, dass es irgendwas anderes ist, dass es irgendwie so ein Streaming-Ding ist, ich kann jetzt irgendwie ausgewählte PC-Spiele streamen, was halt nicht das wäre, was ich haben wollte von diesem Ding. Dadurch, dass es halt so knapp formuliert ist und einfach nur dieser kurze Absatz, traue ich hier Sony immer noch zu, dass es irgendwie was anderes ist, als das, was wir möchten. Aber wer weiß. Ja, genau. Also ich glaube, es ist berechtigt, dass man ein bisschen skeptisch ist. Ich hoffe sehr, sehr, dass dem nicht der Fall ist, dass es irgendein Zwischenschritt ist. Genau. So, wir haben ein... Oh, ja. Achso, ich dachte, das wäre die letzte News schon gewesen, sorry, weil ich habe dann am Ende noch was, was gerade neu reinkam. Das mache ich dann aber am Ende. Wir haben noch zwei News, nämlich zum einen zu Thunderfull, den Leuten, die ja unter anderem SteamWorld machen, die ja aber auch in den letzten Jahren zu einer deutlich größeren Firma geworden sind, die auch andere Sachen publishen, die haben negative Neuigkeiten, weil zum einen eine Umstrukturierung bei denen stattfindet, laut der 20 Prozent der Mitarbeitenden redundant gemacht werden könnten und deshalb da Entlassungen anstehen, was sehr bedauerlich ist und sie sagen auch, dass SteamWorld-Bild, der letzte Ableger der SteamWorld-Reihe, sich wohl schlecht verkauft hat und dass demzufolge die Arbeiten, oder nicht demzufolge, das sagen sie ohne große Begründung, aber es liest sich wie ein demzufolge, die Arbeiten an SteamWorld-Headhunter, diesem anderen Spiel, von dem wir schon einen Trailer bekommen haben, gerade pausiert sind. Also das wird gerade nicht mehr daran gearbeitet und bei SteamWorld-Bild begründen sie es damit, dass das wohl am Genre liegt und auch spezifisch das Genre wohl nicht geeignet sei für die Switch, die sonst immer eine Schlüsselplattform für die SteamWorld-Spiele war und das, denke ich mal, wird auch eine Rolle gespielt haben, weil das Spiel sei ja, also ich habe ja die Demo zumindest gespielt und habe dann die Reviews gesehen und das ist ja ein okay bis gutes Spiel. Ich glaube aber, wenn es so ein richtig, richtig gutes Spiel gewesen wäre, hätte es vielleicht auch nochmal anders ausgesehen, weil das ist, finde ich, das Problem der letzten SteamWorld-Spiele. Sowohl das als auch SteamWorld-Quest sind so ein Schulterzucken, das sind so andere Genres von SteamWorld, aber die nicht groß dieses geniale Design haben, was SteamWorld-Dict 2 zum Beispiel zuletzt hatte. Ich glaube auch, dass es seltsam, diese Franchise dann in der Form zu nutzen fast schon, weil ich denke, weil das letzte wirklich gefeierte SteamWorld-Spiel lange, lange her ist jetzt schon. Das werden viele Leute gar nicht mehr kennen, weil ja auch Quest ist ja schon viele Jahre her. Weißt du, wann das erschienen ist, Quest aus dem Kopf zufällig? Ich wollte gerade erst mal nach SteamWorld-Dict 2 gucken, weil das ist ja das größere Gefühl gewesen. Habe ich das auf der Vita gespielt? Oder war das nur der erste? Nee, 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 das war SteamWorld-Dict 1. SteamWorld-Dict 2 ist von 2017. Ja, das ist halt sieben Jahre her. Und SteamWorld war ja jetzt nie eine gigantische Franchise, sondern immer eine Franchise, die sehr, sehr, sehr viel aus den Möglichkeiten gemacht hat, die es halt hatte und dann mit Dick und Dick 2 vor allen Dingen große Erfolge feiern konnte. War Highs auch so ein großer Erfolg? Das weiß ich gar nicht mehr. Also auch so ein großer Erfolg weiß ich nicht. Aber das kam zumindest gut an, ne? Genau, es ist ein sehr gutes Spiel. Genau. Und ich glaube auch, Build war einfach ein Fehlschuss. Also Build ist als Intention, ich finde auch, dass das absolut Sinn ergibt, was sie sagen, als Intention schon so ein bisschen seltsam. Aber dann ist das Spiel ja auch einfach nur okay. Und das reicht halt nicht, weil SteamWorld selbst ist halt kein Argument. Es gibt sicherlich Leute, die es tun. Aber sehr wenige Leute kaufen sich jetzt ein Spiel spezifisch, weil es SteamWorld heißt. Sondern es ist halt eher einfach, hier ist unsere Intention und das machen wir jetzt. Und wenn das Spiel dann von sich aus nicht überzeugen kann, und das ist bei Build dann ja leider der Fall gewesen, weil es gut bis solide sein soll, aber nicht großartig, dann fällt es halt leider hinten runter. Gerade weil das ein Genre ist, das im Indie-Bereich am PC wahnsinnig gut befüllt wird. Also da hast du halt wirklich viele Spiele, die du spielen kannst. Ja, ich finde es aber auch bedauerlich, weil ich finde es grundsätzlich cool, dass sie das gemacht haben, dass sie sagen, wir haben ja diese Franchise mit diesen Steam-Bots und probieren mit denen halt rum. Also machen halt alles Mögliche, weil das erste war ein Tower-Defense-Spiel, dann hattest du SteamWorld Dick, dieses, ja, weiß gar nicht, was ist das für ein Genre. Das zweite ist auf jeden Fall, geht so in Richtung Metroidvania, aber ist dann schon ein bisschen was anderes. Also hat halt diese Grabmechanik die ganze Zeit, dann hast du mit SteamWorld Highs ein Taktik-Spiel und dann zu sagen, jetzt ein RPG, weiß ich nicht, fand ich ehrlich gesagt total spannend und war dann ein bisschen ernüchtert, dass es so ein bisschen öde war. Und für das Aufbauspiel gilt fast das Gleiche, es ist halt so ein bisschen öde. Es spielt sich schon nicht schlecht, aber da fehlt so der Funke irgendwie in dem Spiel drin. Und ja, das hat dann irgendwie nicht gereicht und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Thunderfull haben aber auch noch gesagt, dass sie gerade versuchen, das deutsche Publishing-Studio Head-Up Games zu verkaufen. Das haben sie 2021 gekauft und jetzt versuchen sie es wieder loszuwerden, weil sie wohl auch einfach ein bisschen zu schnell zu groß wurden in den letzten Jahren. Ja, das ist bitter ein weiterer Teil der Publishing-Welle. Und Thunderfull war halt auch ein Studio, was oder ein Publisher. Ich weiß gar nicht, ob sie selber entwickelt oder nur gepublisht haben. Thunderfull selbst sind eine Holding Company, so eine Dachgesellschaft, unter der dann gepublisht wird. Die haben einen Entwickler in sich drin, das dann glaube ich wieder ein bisschen anders heißt. Heißen aber auch Thunderfull irgendwas. Also es ist so ein Konglomerat-Dienst. Du hast völlig recht. Und Thunderfull selbst kannte ich jetzt vor allen Dingen, weil sie halt damals unter anderem Zoink aufgekauft haben. das sind die Macher von Fae und von Lost in Random von vor einigen Jahren. Genau, und dann haben sie halt Image in Form aufgekauft, die halt für die Steamworld-Spiele verantwortlich waren, bis zu BILD, die als letztes The Gunk gemacht haben, was ja auch ein bisschen enttäuschend war im Vergleich mit dem, was sie vorher gemacht haben. ist schade. Ja, genau. So, eine letzte News, beziehungsweise du hast ja dann noch etwas, was wohl gerade erst reinkommt, die ich einfach mal erwähnen wollte, weil ich es ganz spannend finde, weil der YouTuber Ross, der seinen Hauptchannel Accursed Farms hat, den wir immer mal wieder gerne erwähnen, weil er dort den Game Dungeon macht, den wir sehr gerne gucken, einfach Videos zu spielen, die entweder vergessen wurden oder man hat noch nie von ihnen gehört oder sonst irgendwie und er führt da immer durch diese Spiele durch auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, können wir euch auch immer noch ganz gerne ans Herz legen. Der hat einen separaten Channel namens Dead Game News, also Tote Spiele News, weil er ist sehr leidenschaftlich dabei, zu kritisieren, dass halt Spiele heutzutage immer wieder offline genommen werden auf eine Art und Weise, wo man sie halt wirklich gar nicht mehr spielen kann, also wo die Spielbarkeit drunter leidet und dann eben auch die Spielerhaltung drunter leidet und gerade fokussiert er sich da auf The Crew, dass halt das Ubisoft-Rennspiel, das Open-World-Rennspiel, das wird nämlich am 21. März abgeschaltet, da werden die Server abgeschaltet und dann kann man das nicht mehr spielen. Also das ist ein Spiel, das hat einen kompletten Singleplayer. Du kannst das Spiel ohne jemals mit jemandem zu interagieren, ist aber einfach nicht mehr spielbar. Gibt keinen Offline-Patch, gibt keinen End-of-Life-Plan für dieses Spiel, das ist danach nicht mehr verfügbar. Und das ärgert ihn sehr, finde ich sehr nachvollziehbar, weil mir geht es genauso. Und er ist da sehr motiviert, gegen vorzugehen und hat da wohl schon sehr viel recherchiert, auch zusammen mit seiner Community, zusammen mit Anwälten, wie man das machen könnte und plant da so eine Art Aufruf, um ganz viele verschiedene Verbraucherzentralen anzuschreiben, also dass Leute die anschreiben. Er will das dann so einfach machen wie möglich. Er versucht da wirklich dann so Vorlagen auch anzubieten, was dann in der Zukunft passieren soll. Jetzt gerade gibt es das noch nicht, aber es passiert dann, wenn eine Crew offline geschaltet wird. Ich glaube, das ist zumindest gerade der Plan, weil er einen Präzedenzfall da kreieren möchte, inspiriert von so Sachen wie in der EU, die halt bereits passiert sind, dass halt sowas wie Lootboxen in manchen Ländern verboten wurden. Weißt du? Was ja dann wirklich einen Einfluss auf die Industrie, aufs Gesamte nehmen könnte. Und sein Ziel ist jetzt nicht, das sagt er auch nochmal spezifisch in seinem letzten Video, das halt gerade erst erschienen ist, sein Ziel ist jetzt nicht, dass die Server ewig online bleiben, sondern sein Ziel ist, dass Alternativen angeboten werden, ein Offline-Patch oder sonst irgendwas oder eine Möglichkeit, dass Server-Hosting in die Hände der Community gegeben wird, damit das kundenfreundlich bleibt und nicht gesagt wird, ja, hier in der Euler, die ihr das gibt, steht halt drin, dass du nur die Lizenz hast, hier das zu spielen, solange wir es halt online haben und das war's. Und das finde ich total spannend, da wollte ich zumindest mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, weil ich glaube, so eine Art etwas größere Aktion in diesem Bereich ist somit die beste Chance, die man wahrscheinlich hat, dass sich auf der Ebene irgendwas bewegt, weil von selbst wird es den Ubisoft nicht machen und den EA und Co. auch nicht. Deswegen, ja, finde ich ganz spannend. Also gerade, wenn ihr The Crew habt, das erschien ja im Dezember 2014 für PC, PS4, Xbox One und Xbox 360, wie ich nochmal rausgefunden habe und hab mir dann auch mal Footage von der 360-Version angeguckt und uiuiui. Aber das ist das nur am Rande. Ja, deswegen, schaut mal vorbei bei Dead Game News. Finde ich es total spannend, was er da vorhat und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das in den kommenden Jahren zu irgendwas führt. Mich würde es freuen. Ich würde da bei den Dead Game News nur anmerken, es ist nicht auf dem Kanal, der so heißt, das habe ich gerade nochmal nachgecheckt, weil der Kanal ist seit sechs Jahren nicht mehr befüllt. Die Dead Game News Videobeiträge erscheinen auf seinem Hauptkanal. Ach, die sind inzwischen auf dem Hauptkanal. Okay, sorry, ja. Genau, dann schaut bei Accursed Farms vorbei. Genau, bei Accursed Farms, der Dead Game News Kanal, den es immer noch gibt, der hat sein aktuellstes Video vor sechs Jahren. Ja, okay, das habe ich dann gar nicht mitgeschnitten, weil ich habe die einfach beide abonniert und sehe die Sachen dann in meiner Timeline und das war es. Aber gut, dass du das nochmal ergänzt hast. Genau, dann einfach bei Accursed Farms vorbeischauen und das The Crew Video oder die The Crew Videos mal anschauen. Ist dann halt alles auf Englisch, aber ich denke, ihr kommt damit klar. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich automatische Untertitel machen. Wie dem auch sei. So, Robin, was hast du? Gerade kam eine News rein zu Supermassive Games, dass es dort nämlich wesentliche Layoffs gibt. was ebenfalls zu der Thunderbolt News passt. Das hat Jason Schreier bei Bloomberg reported. Ich lese gerade die Nacherzählung, nenne ich es mal, von Insider Gaming dazu, wo gesagt wird, dass Supermassive Games wohl 300 EntwicklerInnen aktuell ungefähr bei sich haben und 150 von denen haben quasi eine Warnung bekommen, weil das nötig ist nach dem, nach dem Recht in Großbritannien, wo sie sitzen, dass sie quasi, dass es das Risiko gibt, dass sie entlassen werden und von diesen 150 Leuten sollen im Endeffekt 90 entlassen werden, was dann also so, ja, 30 Prozent, ein Drittel des, des Gesamtstudios ist. Das hat auch bereits Supermassive Games gerade per Social Media bestätigt, dass das das Vorhaben ist. Okay, das ist ja heftig, dass wir da nochmal so ein Opfer haben der Entlassungswelle. So ein hochkarätiges zumindest. Ja, und ich habe dadurch gerade erst festgestellt, vielleicht wusste ich das mal, aber ich habe es zumindest nicht bewusst geschaltet, dass Supermassive Games für Bandai Namco den dritten Teil von Little Nightmares entwickeln. Hast du das im Kopf? Ja, ja, das haben wir auch bei der Ankündigung festgestellt. Ich glaube, das hast du einfach nur wieder verdrängt oder vergessen. Genau, das habe ich dann wieder vergessen. Also die haben eigentlich immer noch einiges in Entwicklung. Die haben Little Nightmares 3, die haben dieses Dead by Daylight Game, The Casting of Frank Stone, was ja auch einfach so ein Spiel ist, das gleiche, was sie immer machen. Und die haben auch noch ein Dark Pictures Anthology Spiel in Arbeit, also drei Projekte, an denen sie aktuell arbeiten. Ihr aktuellstes Projekt ist ja auch letztes Jahr erschienen. Das war halt das furchtbare Dark Pictures Switchback, dieses PSVR 2 exklusive Rail-Shooter-Ding, was wirklich schockierend schlecht war. Da bin ich immer noch nicht drüber hinweg, Tom. Deswegen schon finde ich ziemlich, ziemlich überraschend, dass die dann so wesentlich ja, da kündigen müssen. Also unabhängig davon, wie viele Sachen die in Entwicklung haben, überraschend finde ich das gar nicht basierend auf der aktuellen Industrie. Nee, darauf nicht. Das war jetzt schon, also nur ausgehend von diesem konkreten Entwickler, weißt du? Ja, weil du meintest, dass das sich gut genug hätte verkaufen sollen oder dass das erfolgreich genug ist, um die zu tragen? Ich würde halt denken, allein mit dem Dead by Daylight Spiel und mit so was wie Little Nightmares hast du dann schon zwei große Projekte in Arbeit. Und dann ist es ja auch, Little Nightmares kommt ja von Bandai Namco. Und da sind sie ja sicherlich über ihre Beziehung zu den Publishern rangekommen. Die besteht wegen der Dark Pictures Reihe, wo ja ebenfalls das neue Spiel bekommt. Und da hätte ich halt so gedacht, okay, sie haben offensichtlich die Kontakte zu den Publishern und haben da eine gute Beziehung. Die entwickeln Spiele konstant und bringen auch neue Spiele raus. Aber auch das scheint da nicht gereicht zu haben. Und das ist auch nicht das Einzige, was ich gesehen hatte. Es gab nämlich noch eine ganz frische News zu einem wesentlich kleineren Studio, aber eines, das ich ganz gerne mag. Das ist ein Dänisch. Ich glaube, sie sind Dänisch. Nämlich die Gute Fabrik heißen die. Genau, in Dänemark sitzen sie. Die kennen ich noch, vielleicht kennst du die am ehesten noch. Die haben vor knapp einem Jahrzehnt diese Sports Friends Spiele veröffentlicht. Kennst du das noch? Sports Friends sagt mir was, aber ich habe schon ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Das hatte einfach so eine Collection von halt Minispielen von so mit halt irgendwelchen Wettbewerben, die du dann machen konntest und die waren super innovativ und nett und cool und haben echt Spaß gemacht. Da war zum Beispiel dieses Pole Riders dabei, wo zwei Leute gegeneinander, vier Leute gegeneinander, zwei Leute gegeneinander gespielt haben und halt so einen Ball mit so riesigen Stangen in ihre Tore machen wollten. Das wurde damals entwickelt von Bennett Foddy, der ja später dann Getting Overhead gemacht hat. Und das sind richtig coole Entwickler. Die haben später Mutationen gebracht und dann jetzt dieses Jahr gerade, letztes Jahr ganz frisch, Salty Chronicles, was ich immer noch dringend spielen muss. Beide Spiele, die auch gut ankamen. Aber die haben gesagt, sie haben jetzt ein knappes Jahr dann seit der Veröffentlichung von Salty Chronicles beziehungsweise schon ein bisschen vorher versucht, ihr neues Projekt halt finanziert zu bekommen und waren da nicht erfolgreich und müssen deswegen, sie schließen nicht, sondern sie entlassen halt alle ihre Mitarbeiter zum nächsten Monat. Einen Monat können sie nochmal auszahlen und dann nach dem März müssen sie entlassen. Und der CEO versucht halt weiter dieses Spiel zu irgendwo untergebracht zu bekommen und die Finanzierung zu bekommen und die Hoffnung. Genau, der CEO des Studios und dann ist die Hoffnung, dass man halt so viele Leute wie möglich wieder anstellen kann, einstellen kann, aber auch sehr, sehr schade, weil die gute Fabrik ist so ein richtig schönes, kleines Indie-Studio, was coole, einzigartige Dinge macht. Ja, ist das nicht krass, dass die das dann in der aktuellen Industrie nicht, da keine Finanzierung bekommen, dass das so anstrengend sein muss, dass sie dann sagen, es geht einfach nicht. Erinnert mich auch sehr an die Situation, die wir mit Mimimi hatten. Ganz genau, ja. Weißt du? Und die Entwickler von Beat Rhythm hießen sie das, glaube ich, jetzt habe ich den Namen vergessen, das hatten wir auch, das Hamburger Studio, was auch jetzt letztens genau deswegen stießen musste, also das ist halt vor allen Dingen krass. Das war auch etwas, was ich sehr bei der, nach der GDC mitbekommen habe, die war jetzt gerade, wo halt in Las Vegas, war das GDC? Ne, das war die DICE Awards, die ich gerade meine. Da wurde halt aber natürlich dann viel gesprochen und dann wurde von Journalisten über diese Gespräche gesprochen und was ich da so gelesen habe, war halt, dass ein Hellig so die Reaktion war, so Schitzfakt, dass man halt keine Kohle gerade bekommt, dass man kein Geld geliehen bekommt, dass es einfach super fucking schwierig gerade ist, in irgendeiner Art und Weise Finanzierung zu finden. Also Schitzfakt ist eine akkurate Beschreibung der aktuellen Industriesituation. Oh boy. Na gut, Robin, wir brauchen eine kurze Pause von dieser Art von News und dann geht es gleich mit den Spielen weiter. Bis gleich. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link, besucht unseren Merchandise-Shop bei GetShirts. Dort gibt es T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked oder Time23-Logos oder auch Comic-Designs von uns. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time23 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Schaut unbedingt unsere Videos zu euren Spielen des Jahres 2023, falls ihr es noch nicht getan habt. Außerdem können wir euch die letzte Folge unseres Exklusiv-Podcasts Hooked on Topic empfehlen. Da haben wir ausführlich über den Stand und die Auswirkungen vom Games-as-a-Service-Modell geredet. Bei Time23 gab es wiederum ein Story-Playthrough zu Tekken 8 mit Leo und mir und wir haben zusammen mit Björn bizarre Spiele wie Bioforge gezockt. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Shadow Drop aus der Nintendo Direct. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Es gab nämlich Penny's Big Breakaway, das neue Spiel der Sonic Mania, Leute, das jetzt ein 3D-Platformer ist mit einer so halbfesten Kameraperspektive und einem Jojo und einem sehr komplizierten Steuerungsprinzip, zumindest wenn man es möchte. Es gibt so einen Pro-Modus, man kann es auch simplifiziert machen und es ist ziemlich wild, sowohl in Sachen Charakterdesign, aber auch in der Art und Weise, wie es sich steuert und du hast es schon ein bisschen gespielt. Wir haben es ja auch im letzten Stream angezockt und ich bin sehr gespannt, was du gleich sagen wirst, weil ich fand zumindest den Trailer nach sah das hervorragend aus wie so ein richtig schöner, kreativer 3D-Plattformer und von denen gibt es jetzt nicht so mega viele. Also und all das stimmt auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall kreativ und es ist auf jeden Fall auch 3D und ein Plattformer. Das sind Fakten zu diesem Spiel. Das ist auch ein sehr interessantes Spiel, weil ich habe es noch weiter über den Stream hinaus gespielt und habe da ziemlich viel Spaß dran. Ich finde, das ist ein super spannendes Projekt, weil es offensichtlich inspiriert ist von den 3D-Sonic-Spielen, aber eine sehr eigene Interpretation davon ist und der Grund, wieso ich es mag, scheint auch der Grund zu sein, warum es so einigen Leuten nicht gefällt. Also erstmal hat Penny's Big Breakaway ein großes Hindernis am Anfang. Du musst hier wirklich Zeit investieren, diese Steuerung und das Gameplay zu verinnerlichen, weil gerade im 3D-Plattformer-Bereich, nicht gerade, aber auch im 3D-Plattformer-Bereich, du halt viele übergreifende Game-Mechaniken eigentlich hast. Du hast deinen Sprung, du hast deinen Double-Jump, du hast vielleicht einen Air-Dash, du hast vielleicht einen Ball-Run, da gibt es eigentlich eine sehr gemeinsame Sprache. Und Penny's Big Breakaway versucht, mit seinem zentralen Gameplay-Gimmick so ein bisschen was Eigenes zu machen. Darauf aufbauend, was man kennt, aber eine eigene Interpretation davon. Du hast nämlich dieses Jo-Jo und dieses Jo-Jo hat eine kleine Handvoll unterschiedlicher Fähigkeiten, aber es beginnt schon damit, dass die Intention ist, dass du das Jo-Jo mit dem rechten Analog-Stick steuerst. Das ist nicht nötig. Du kannst es auf Knopfdruck mit einem der Face-Buttons machen, dann geht es einfach dahin, wo du hinguckst, aber die Intention ist, dass du mit dem rechten Analog-Stick jederzeit in alle Richtungen drücken kannst. Und dann hat es die Mechanik, dass du es für so einen Dash benutzen kannst, indem du dich hinter das Jo-Jo herziehen kannst und das machst du, indem du den Analog-Stick halt zweimal in die eine Richtung drückst oder du kannst das Jo-Jo als so einen Greifhaken, ja nicht als Greifhaken, sondern so als Linean, als was? Als Liane, wollte ich sagen. Als Lineal. Dass du es so als Liane benutzen kannst, indem du dich dann daran herumschwingst jederzeit. Und das machst du, indem du den Analog-Stick in eine bestimmte Richtung hältst. Und allein diese zwei Sachen sind, finde ich, schon sehr was anderes, als man üblicherweise in der Steuerung von so Spielen kennt. Es ist wie ein Bionic-Commando, aber du trägst den Teil, an dem du dein Seil festmachst, die ganze Zeit mit dir rum. Also du kannst das so überall machen. Und es ist dann noch eine 3D-Umgebung mit einer automatisch folgenden Kamera, wo du ganz oberflächlich die Kamera bewegen kannst mit dem D-Pad, aber eigentlich ist das nicht dafür vorgesehen. Und das ist halt wirklich ein großer Schwierigkeitsgrad am Anfang. Und das ist kein Spiel, was du anfasst, wo du denkst, ah, das fühlt sich so geil an. Was ja eigentlich so eine Stärke von den besten Plattformern, sowohl auf 2D als auch auf 3D-Ebene ist, dass genau das der Fall ist. Und das ist ja nicht der Fall. Aber das ist halt hier nicht was rein Negatives, weil dieses sehr eigene Steuerungskonzept auch erlaubt, sehr eigene Level zu bauen und sehr eigene Spielmechaniken hier rein zu machen. Und das finde ich ziemlich cool. Ich bin auch dann reingekommen. Also ich habe dann die Zeit investiert, dieses komische Gefühl am Anfang loszuwerden und dann zu merken, ah, okay, jetzt geht es langsam intuitiv, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert, ich muss nicht nochmal nachdenken, muss ich einmal drücken, zweimal drücken, muss ich halten, wie funktioniert es gerade, sondern es ging mir ins Blut über. Und dann kommt so der zweite Part, wo man ebenfalls ein bisschen von dem Spiel abgestoßen werden kann oder man findet das gut und ich finde es eher gut. nämlich, dass es halt die 3D-Inspiration, die Inspiration von 3D-Sonics sich schnappt. und 3D-Sonics hatten immer das Problem, ich würde sagen, alle Sonics hatten das Problem auf zweier Ebene, dass es ja im Konflikt steht, schnell rennen gegen gutes Level-Design, wo du bewusst herumspringst. Und das hat dieses Spiel im Kern auch, aber es sagt dir im Gegensatz zu einem 3D-Sonic, beide Wege sind legitim und wir geben dir so ein bisschen Motivation für beide Wege, die sich aber ja gegenseitig ausschließen. Das heißt, du kannst dieses Spiel wirklich gut spielen, ohne je den Dash-Run zu benutzen. Also in Sonic hast du ja dann sprintest du los und hier ist es so, dass du auf deinem Jojo reitest. Und dann ist es sehr, sehr Momentum-based, sodass du wirklich Geschwindigkeit zulegst, wenn du einen Hügel runterfährst und verlierst, wenn du hochfährst, allgemein, wenn du irgendwo schwingst, das ist alles so Physik-basiert und fühlt sich deswegen, finde ich, sehr cool an. Aber du hast im Level verteilt auch immer wieder so kleine Mini-Nebenquests, drei Stück pro Level wo dann gesagt wird, sammel diese fünf Collectibles auf in so und so vielen Sekunden oder bringe zu diesem NPC einen Gegenstand hin oder kletter hier hoch, wo du sonst vorbeirennen könntest. Was natürlich von dir dann fordert, dass du halt stehen bleibst und dir durchliest, was du da machen sollst und das dann machst. Dann würdest du halt vorbeirennen, wenn du daran vorbeisprintest so schnell wie es geht und die ganzen Rampen so nutzt, wie du sie nehmen kannst. Ich persönlich finde das aber nicht schlimm. Ich persönlich habe durchaus Freude daran, bei manchen Leveln zu sagen, wo ich merke, oh ja, das finde ich hier gut, hier kann ich gut durchrasen, dass ich da auch einfach durchrase und durchaus an den Collectibles und den Nebenaufgaben vorbeisprint. In anderen Leveln, wo ich dann merke, für mich ist es eher so, dass es hier kleinteiliger wird und da falle ich zu oft die Klippe runter. Dann habe ich Freude daran, eher das bewusst zu machen und mein Air-Dash zu benutzen und meine Lian-Fähigkeit, wie ich sie jetzt, meine Bionic-Commando-Fähigkeit so zu benutzen, ganz bewusst. Das ist die Jojo-Fähigkeit. Ja, aber die Leute müssen ja verstehen, was ich meine und da ich glaube, Tatsachen, wie auf einer Liane schwingt, ist eine geniale Wildsprache, die alle sofort verstehen und ich glaube, das kann auch viele Leute abstoßen, weil sie halt sagen, ich will schnell rennen, aber es gibt hier Sachen, von denen ich nicht schnell rennen darf. Für mich ist es aber, die Behebung des Sonic-Problems, nämlich, dass ich da entweder schnell renne oder ich werde bestraft, weil wenn ich nicht schnell renne, fühlt es sich nicht gut an. Hier ist es so, ich kann schnell rennen, aber wenn ich langsam bin, fühlt es sich auch gut an und ich werde auch dafür belohnt. Für mich ist es eine Belohnung auf beiden Ebenen. Ich glaube, der Unterschied ist auch ein bisschen, dass in Sonic, zumindest dem, was ich gespielt habe, oft diese Beschleunigung grundlegend in Sonics Bewegung eingebaut ist. Also, dass du, wenn du mit Sonic ein bisschen langsam gehst, er ja immer so ein bisschen slidet, also als ob du dich so auf Eis bewegst, weil er ja gerade eigentlich beschleunigen möchte. Und in Penny's Big Breakaway haben sie, glaube ich, eine sehr smarte Entscheidung getroffen, in dem sie gesagt haben, wir zweiteilen das. Also, du hast deinen Charakter, der sich ganz normal bewegt, wie in jedem anderen 3D-Plattformer auch und sich gut anfühlt, ganz grundlegend. Einfach nur durch die Gegend zu laufen und zu springen, fühlt sich gut an und präzise und ist direkt, ohne dass da jetzt große Beschleunigung dazu kommt. Es gibt schon, muss man sagen, es gibt sie, das will ich nicht unzuhalten in den Tisch kehren, dass du am Anfang langsamer bist, aber nicht so krass, wie man das jetzt von uns hat. Es ist jetzt nicht so, dass du stehen bleibst und sie slidet erst noch eine Weile, oder? Genau. Wenn man analysiert vielleicht, aber meiner Erfahrung nach nicht, nein. Aber du hast halt diesen Knopf, mit dem du dann sagst, jetzt gehe ich aufs Jojo und da hast du dann die Beschleunigung und da musst du dann darauf achten, wann gehe ich bergabwärts und so was und wann kann ich eine Rampe benutzen und mich dann rumschwingen und dann wieder reingehen in den und du hast ja auch so eine Art Spin-Dash. Also es ist, finde ich, ganz gut gelöst, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe vom Spiel selber gespielt, habe ich es ja noch nicht wirklich und bin da sehr froh, dass du sagst, ja, das funktioniert auch für dich, weil du bist ja jemand, bei dem das bei Sonic nicht der Fall ist. Ja, genau. Ich finde, das ist eine ganz clevere alternative Version von dem gleichen Vorhaben, das hier deutlich besser gelöst wird als in allen 3D-Sonic-Spielen, die ich je gespielt habe und habe da Freude mit. Ich finde dieses Gefühl, was ich habe, dass das so diese Zeit braucht, die man investieren muss, wird sehr auch durch Steam-Reviews gezeigt, weil wenn man sich die mal anguckt, und das ist nicht exklusiv so, ich will ja nicht sagen, alle Leute, die das Spiel nicht mögen, die haben einfach am Anfang aufgegeben, aber es ist durchaus auffallend, dass ein großer, ein wesentlicher Anteil der negativen Reviews wirklich auch Leute sind, die das Spiel dann ein, zwei, vielleicht drei Stunden gespielt haben und die das dann auch oftmals refundet haben, weil halt sie sagen, das fühlt sich nicht gut an und das sehe ich halt total, das fühle ich auch total und erneut, es ist auch Leute, die zehn Stunden gespielt haben, die sagen manchmal, oh, das gefällt ihnen nicht, das ist auch völlig legitim, aber für mich geht es sehr in dieses Gefühl rein, du musst hier echt Zeit investieren und das ist kein intuitives Spiel, was sie gebaut haben. Aber dann ist es, also wenn es viele Leute abschreckt, ist es vielleicht auch ein Problem des Onboarding sozusagen, der Art und Weise, wie sich das Spiel dir beibringt? Ja, offensichtlich ist das für eine nicht, also das ist, das scheint mir nicht der super Megahit zu sein in der 3D-Platforming-Community, das scheint wesentliche Leute auch abzuschrecken und das muss man sich dann auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Ich will auch ganz doll betonen, dass ich nicht sagen will, dass das irgendwie ein Problem bei den Spielerinnen ist, sondern das ist offensichtlich ein Problem vom Spiel, dass du da arbeiten musst, um hereinzufinden. Ja, aber ich meine, das hast du ja jetzt sehr klar kommuniziert. Ich glaube, es gibt halt keine Demo direkt, so wie ich das gesehen habe. Man müsste es sich dann holen, wenn man es mal selber spielen will, aber vielleicht finde ich irgendeinen anderen Weg oder ihr guckt euch noch mal ein bisschen genauer Footage an, um zu sehen, ah, okay, ist das was für mich? Wir haben es ja auch im Stream angespielt, weil das klingt dann so ein bisschen wie ein Acquired Taste. Du musst halt so ein bisschen Arbeit aufbringen. Kostet 30 Euro, gibt es überall. Die Switch-Version soll auch gut sein, ist allerdings, und das ist bei einem 3D-Plattformen durchaus relevant, auf 30 Frames limitiert. Ja, genau. Okay. Dann haben wir noch ein Spiel, das wir im Stream angespielt haben, nämlich Slave Zero X. Das Sequel zu Slave Zero, das ihr natürlich alle kennt, so ein altes Mech-Action-Spiel, mit dem Slave Zero X auch gar nicht so viel zu tun hat, außer, dass es halt die gleiche Prämisse benutzt und sich storytechnisch dem anpasst. Aber das Spiel selber ist kein 3D-Mech-Action-Spiel, es ist ein 2D-Hack-and-Slash, es ist ein Charakter-Action-Game im Wesentlichen, das so eine sehr coole Optik benutzt aus sehr detaillierten 2D-Sprites und dann dreidimensionalen Hintergründen, die aber aussehen wie irgendwie Playstation 1-Grafik oder halt frühe PC-Spiele. Also so ein sehr pixeliger Look, der aber sehr gut funktioniert und auch relativ dynamisch ist, weil alles durchaus lebendig wirkt im Hintergrund sind immer NPCs zu sehen oder Animationen oder fetten Zugklang oder du siehst die Stadt oder sonst irgendwas, hat ja dieses cyberpunkige Setting und du hast es jetzt ein bisschen ausführlicher gespielt und warst ja im Stream schon angetan. Hat sich dieser Eindruck bestätigt, Robin? Also ja, aber auch nein, beides gleichzeitig. Ich will dir erstmal völlig zustimmen, das wird auch schon eigentlich alles zugesagt. Die Optik ist halt grandios, also ich kann nicht genug von dem Aussehen dieses Spiels bekommen. Ich mag es halt total, wie es seine 3D-Optik nutzt, um coole Intros zu basteln für die eigenen einzelnen Level, in denen die Kamera auch mal rumfliegt und dann geht es in diese 2D-Perspektive und auch dann dreht es sich immer mal wieder an festen Punkten. Das finde ich super cool. Es ist halt, wie wir das bereits auch im Stream bereits uns gedacht haben, sehr hardcore. Also wir waren genau an einem Punkt, genau wie ich das auch vermutet habe, an dem es dann wirklich sehr anspruchsvoll wurde. Wo es einen Boss gibt, an dem ich eine Weile festhing und den dann besiegt habe, auch auf eine Art, wo ich gleich nochmal drauf eingehen muss und dann gemerkt habe, ah, das ist gar kein Endboss von dem Level. Es geht danach einfach weiter und danach kommt noch und noch. Das ist einfach sofort ein normaler Gegner. So, das war einmal ein Boss und dann geht das Level weiter und dann kommt er nochmal und dann denkst du so, oh, und dann hat er noch einen anderen Gegner dabei und denkst du so, oh, Jesus. Also extrem hardcore ab der zweiten Welt von, ich glaube, sechs oder sieben oder dem zweiten Level, wie auch immer man es nennen möchte. Und ist dann sehr, es ist sehr tech-fokussiert. Man merkt sehr, dass es von einem Entwickler kommt oder von einem Entwickler in kommt, die sehr in Fighting-Games drinsteckt und auch in Character-Action-Games und das ja auch benennt im Store-Listing, wo gesagt wird, das ist von Devil May Cry inspiriert, das ist von, ich glaube, Guilty Gear wurde mitbenannt, inspiriert und einzelne Spielmechaniken entstammen auch aus direkt aus so Fighting-Games, wie gesagt, wenn es Guilty Gear war, was ich glaube, da gibt es den, da gibt es so einen Burst-Move wohl, wo man ja den Gegner von sich schleudern kann, wenn man halt zu sehr totgekombot wird und diesen Burst-Move gibt es eins zu eins genauso auch hier und der wurde dann halt aus diesem Spiel so ein bisschen entliehen und es gibt diverse Techniken, die man aus so Kampfspielen halt kennt hier. Was es aber nicht gibt aus Fighting-Games ist eine Move-Liste. Es gibt keine Move-Liste in diesem Spiel. Es gibt am Anfang ungefähr 20 bis 25 Tutorial-Bildschirme, die aufploppen, um dir alle Spielmechaniken zu erklären. Genau. Aber das sind halt nur die oberflächlichen Spielmechaniken und wie die miteinander genau interagieren und was für Moves du dann hast, um mit denen zu entwickeln, das wird dir nicht gesagt. Das ist halt eine intendierte Erfahrung, dass du die quasi selbst entdeckst, dass du selbst Dinge ausprobierst. Das funktioniert für mich nicht. Ich persönlich habe keine Freude daran, einfach zu sagen, oh, ich probiere jetzt einfach mal unten, unten, unten YY zu drücken, oh, habe ich eine Hidden-Technik entdeckt, wo man dann auch einen Schiefenführer bekommt, wo jetzt was passiert. Das macht für mich keinen Spaß, wild den Analogstick rumzudrehen und Tasten zu drücken und gepaart damit, dass du halt ein sowieso schon sehr anspruchsvolles Kampfsystem hast, was sehr in die Tiefe geht mit seinen Spielmechaniken, die dir aber nie besonders erklärt, ist das Spiel sehr schwer zu, also so wirklich, es zu lieben, es lieben zu lernen, würde ich eher sagen, weil es hat diese Tiefe und ich musste mir dann wirklich Sachen ergoogeln, es gibt einen separat vom Spiel vorhandenen Guide auf Steam, in den Steam-Guides vom Entwickler oder von der Entwickler ingeschrieben, wo nochmal erklärt wird, hey, so gibt's dieses System und da gibt's dieses System, warum ist das nicht im Spiel, warum muss ich das im Steam-Discussions finden, aber um dann die Moves herauszufinden, muss ich dann in irgendeinen Reddit-Thread gehen, wo dann aber auch nur Fighting-Game-Terminology benutzt wird, die ich dann wiederum in dem offiziellen Steam-Guide mir erklären lassen musste von der Entwickler, wo halt gesagt wird, ja, 2, 6 heißt halt unten und rechts, weil das Numpad benutzt wird für die Richtungsangaben und dann gibt's den Kick und die singen mir halt, oh Gott, das will ich doch nicht so Quatsch, zum Glück gibt's da nicht so viele Moves, also es gibt halt eine übersichtliche, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als ein halbes Dutzend Moves, die du dann wirklich optional hast, aber es gibt halt auch grundsätzliche Spielmechaniken, die du dir selbst erschließen musst, wie zum Beispiel, das ist ein simples Beispiel zu verstehen, es gibt halt den Burst-Move, den du dir aufladen musst, mit dem du die Gegner von dir wegstoßen kannst und es gibt noch so eine separate Leiste, die quasi deine Superleiste ist und diese Superleiste wird immer aufgebraucht, wenn du eine besondere Technik benutzt, zum Beispiel, wenn du einen Angriff cancelst mit deinem Dash, wenn du während eines Angriffs dashst, dann kannst du den Angriff canceln, so viel ausweichen, das kostet aber ein bisschen von deiner Superleiste oder wenn du halt einen EX-Move, ebenfalls klassische Fighting-Game-Sache, wenn du eine EX-Version deines normalen Moves machst, das du hier machst, indem du die leichte Angriffstaste vorher drückst, also weiß ich nicht, du machst rechts Y und wenn du vorher einmal schnell X drückst und dann also X rechts Y, dann machst du die EX-Version von dem Rechts-Y-Move. Es ist alles ultra-technisch halt und das kostet ebenfalls einen Teil dieser Leiste. Wenn diese Leiste aber voll ist, dann kannst du eine separate Taste drücken und dann gehst du einfach in deinen Devil-Trigger quasi rein. So, und was hier die spezielle Mechanik ist, wenn du mit deinem Burst Gegner triffst, dann lädst du auf einen Schlag deine Spezialfälligkeiten-Leiste komplett auf und wenn du deine Spezialfälligkeiten komplett aufgelönt hast und den Devil-Trigger auslöst und dann Gegner triffst, dann wiederum lädst du deine Burst-Leiste besonders schnell auf, sodass du in Kombination quasi so ein Endlosing entstehen lassen kannst, wo du das eine mit dem anderen auflöst, was auch eine intendierte Mechanik ist, die dir aber kein Mensch erklärt und die ich mir selbst auch nie erschlossen hätte, weil ich meistens halt durch das Daschen oder das versehentliche Auslösen von AX-Moves gar nicht diese Leiste voll habe. Aber das ist so ein zentrales Ding. Sobald ich davon erfahren habe, hat das diese Bosse nicht einfach gemacht. Es war immer noch extrem schwierig, aber wesentlich machbarer gemacht, weil ich halt plötzlich, wenn ich wollte, in der Praxis dann nicht durchführbar für mich, aber wenn ich es richtig mache, endlos viel Burst und Spezial-Leisten Ding habe. Ja, das ist im Grunde das Spiel. Du hast halt keine Platforming-Elemente, du hast keine Erkundung, sondern du läufst durch lineare Level und hast dort Gegner, die du totprügeln sollst und da will es dann von dir, dass du so sehr in die Tiefe gehst und juggles und hast du ja nicht gesehen und da habe ich so ein bisschen mehr die Motivation, das zu machen als in klassischen Fighting-Games, weil ich halt diese lineare Progression habe, weil ich Boss-Gegner habe, weil ich normale NPC-Gegner habe, die ich dann zu Tode juggeln kann, wo ich halt merke, ah, hier komme ich ein bisschen mehr in dieses grundsätzliche Gameplay rein, was man eher sonst bei den Streetfighters, Tekken und Guilty Gears dieser Welt findet, aber das muss mehr im Spiel sein, also da ist jemand zu sehr in seiner eigenen Welt gewesen und hat halt gesagt, ich bin hier der Experte und ich mache das Spiel für die Experten, aber eine Move-Liste zumindest wäre vielleicht ganz geil, die hilfreichen Tipps, dass die nicht im Steam-Guide versteckt sind, sondern im Spiel, sowas wäre ganz geil. Ja, ja, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das was mit Experten zu tun hat, weil die freuen sich ja auch nicht darüber, dass man, dass du Informationen nicht bekommst, die leben ja von den Informationen und die dann perfekt umzusetzen, aber die Intention könnte ich mir zumindest eher vorstellen, ist, dass das so ein Arcade-Community-Gefühl ist von wir finden das vielleicht gemeinsam raus, weil das ja früher in Arcades oft so war, dass du auch viele der Informationen über Moves oder Special Attacks oder Fatalities einfach nicht hattest und wenn es jemand rausgefunden hat, dann war der so voll so, oh, guck mal, der kann das hier, aber das funktioniert halt nicht so ganz in dieser Form, vor allem auch nicht mit so einer relativ kleinen Community dann hier, aber vor allem gibt es ja die Informationen scheinbar dann doch sofort, wenn du danach suchst, warum sie dann nicht auch im Spiel selber anbieten als etwas, das dir hilft, in die Mechaniken reinzukommen, weil der Rest des Spiels scheint ja cool zu sein. Ja, genau, das ist so das Ding, das Spiel macht sich so ein bisschen schwieriger zu lieben, habe ich gerade im Grunde genau schon so gesagt und ich sage dir halt, also ich habe diese Move-Liste gerade mal aufgemacht und ich gucke mir halt diese Liste an und da ist dann die krasseste Attacke heißt schon Goku Satsu und der Combo-String dafür ist LL62H268 requires full meter und consumes the remaining meter. Ach so, das hätte ich natürlich selber gemacht oder was. Das finde ich Quatsch. Also mach das optional, lass das irgendwie, sollen wir diese Informationen vor dir verstecken? Ja, okay, dann hast du jetzt keinen Zugang auf dieses Menü, was weiß ich, aber das Spiel braucht das. Also für mich ist es halt kein Bonus, für mich ist es, du musst diese Sachen wissen, um gut genug sein zu können, um diese Gegner besiegen zu können und dann ist es halt doof. Genau. Das ist witzigerweise ein bisschen, also du hattest ja bei Pennys Big Breakaway auch gesagt, du hast diese Anfangshürde und vielleicht ist das Spiel nicht gut genug da drin, dir sich beizubringen und das hier ist das Gleiche, nur noch extremer, weil es gar keinen Versuch anstellt. Nee, hier ist es irgendwie bewusst, nochmal eine bewusste Intention und da bin ich nicht ganz sicher, ob das Spiel abwechslungsreich und gut genug ist, als dass es sich dann trägt, weil ich habe jetzt das noch nicht durchgespielt, aber der Kampf, der Schwierigkeitsgrad ist so hoch, dass ich auch bezweifle, dass ich es durchspielen kann, ehrlich gesagt. Naja, gut. Aber ich finde es cool, also es hat trotzdem viel Spaß daran gehabt und wir hatten im Livestream auch diesen Moment, wo dann so ein Kampf gut funktionierte und da schlug mein Herz schnell und ich hatte mich richtig gut gefühlt. Es bräuchte einfach mehr Optionen. Es müsste so ein bisschen von seinem Hardcore-Ross runter und für mich als Casual-Noob mir ein bisschen entgegenkommen und dann wäre es für mich eine deutlichere Empfehlung, als es jetzt ist. Okay, okay. Ja, es kostet 25 Euro, gibt es so ziemlich auf allen Plattformen, außer auf der Switch, wo es nochmal verschoben wurde, ne? Genau, da soll es immer noch aber im Frühling dann erscheinen. Okay, okay, alles klar. So, Robin, damit können wir jetzt zu Final Fantasy VII Rebirth kommen. Wir haben nämlich von Square Enix hier bereits einen Code bekommen vor Release und hatten die Gelegenheit, das schon ausführlich zu spielen. Es kommt ja am 29. Februar raus, ne? Also diese Woche noch. Und wir wollen jetzt natürlich spoilerfrei über dieses Spiel reden. Das heißt, wenn wir über Story-Sachen reden, dann nur sehr allgemein. Wir machen jetzt keine Gespräche so von wegen, was hat Sephiroth denn da gemeint? Darum soll es heute nicht geben. Und ich könnte euch das gar nicht beantworten, das ist die Safe-Film-Sache, weil egal, was Sephiroth sagt, ich sage eher so, aha, ja. Stattdessen geht es ums Spiel selbst. Und Robin, du bist auch schon ziemlich, also du hast schon ziemlich viel gespielt, ne? Ich würde sagen, ich bin so 20 Stunden drin. Ja. Also, ich kann ja sagen, wo ich bin, oder? In welchem Areal, weil Leute ja, die das Base-Game gespielt haben, sich dann auch so ein bisschen orientieren können. Genau, sag einfach den Ort, in dem du bist. Costa del Sol heißt es, glaube ich. Da hatte ich so ein bisschen das Story, die Sachen gemacht und bin da jetzt in der offenen Welt unterwegs. Ich habe es gestern Abend durchgespielt. Ich habe wirklich sehr reingekloppt, damit ich das Spiel hier noch durchbekomme in absehbarer Zeit. Und das ging auch nur, weil ich ab einem bestimmten Punkt im Spiel gesagt habe, so ungefähr ab der Hälfte, ich mache jetzt kein Zeit-Stuff mehr, sondern ich will jetzt wissen, wie die Story weitergeht, weil sonst kriege ich das nicht durchgespielt, weil es einfach, und das muss ich mal betonen, absolut gigantisch ist. Ich bin total fasziniert auf einer Ebene, erschrocken auf der anderen, wie groß Final Fantasy VII Rebirth ist. Es ist, du denkst immer, ja, okay, so viel kann nicht mehr kommen und dann kommt da aber noch so ein richtiger Schwenk, weil halt auch das Spiel eine Struktur hat, die halt interessant ist und sehr besprechenswert, weil da auch viel unserer Kritik dem Spiel gegenüber zustande kommt. Denn es ist ein Spiel, das natürlich seine linearen Story-Passagen hat. Das fängt ja auch mit so einer an. Und dann hat es die offene Welt, in Anführungszeichen, die offene Welt heißt in dem Fall, es sind in sich geschlossene, oder meistens in sich geschlossene Gebiete, die aber ziemlich groß sind, wo du dann mit einem Chocobo rumreiten kannst, den du dir erstmal freischalten musst, durch eine Questline, und dann kommst du ins nächste Gebiet, da gibt es dann vielleicht auch wieder ein Chocobo, der kann vielleicht dann ein bisschen was anderes, also die Navigation ändert sich dann leicht, aber der grundlegende Aufbau ist der gleiche. Und in jedem Gebiet hast du diese schemahaften Ubisoft-Aufgaben, die du erfüllen kannst, weil Chetley ist zurück, der Typ, den es auch schon in Remake gab, bei dem ihr eure Missionen gemacht habt, für töte so und so viele Gegner oder töte diese Beschwörung, damit du sie auch selber beschwören kannst, diese Materia bekommen kannst. Was halt alles so eine Art VR-Mission zwar, es hat außerhalb der Spielwelt stattgefunden, in so einem Trainings-Facility, wo sich Cloud so eine Brille aufsetzt, so eine Cyberbrille. Und das gibt es hier halt auch wieder, nur dass der diesmal auch sehr viel durch die Welt leitet, der ist so eine Art Guide die ganze Zeit, und der sagt dann, hier ist ein Turm, dann gehst du zu dem Turm, aktivierst den Turm, kletterst da hoch, und dann werden Symbole auf der Welt eingeblendet, und die kannst du dann abarbeiten. Und so funktioniert die offene Welt hier, und das fällt mir sehr schwer zu sagen, aber es war am Anfang des Spiels ein riesiger Bummer, das rauszufinden, weil das, finde ich, so gar keine befriedigende Erkundung ist. Ich mag ganz viele andere Sachen an dem Spiel, über die wir auch gleich noch reden werden, aber das ist für mich so, der Kernkritikpunkt dieses Spiels ist das Weltendesign. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde gerne einmal kurz dir eine Frage stellen, weil du ja die Größe des Spiels erwähnt hast. Kannst du einschätzen, wie lange du gebraucht hast, wenn du dann sagst, du hast so eine Hälfte oder vielleicht zwei Drittel lang alles gemacht, und dann ein Drittel oder eine Hälfte lang nichts? Ja, also ich habe die ersten drei Gebiete alles gemacht, also wirklich alles, alle Nebensachen komplett, 100 Prozent, und da war ich dann bei 30 Stunden. Und dann habe ich noch mal 30 Stunden gebraucht, als ich gesagt habe, ich mache jetzt kaum noch was von dem Nebenstuff und mache einfach die Story durch. Ich habe dann immer noch ein paar Nebenaufgaben gemacht, also es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr gemacht habe, aber ich habe sehr viel liegen lassen und es gibt sehr viel auch noch im Spiel drin, das ich noch machen möchte. Aber was ich vor allem liegen gelassen habe, sind halt diese Open-World-Abarbeiten-Aufgaben, die es halt leider, leider, leider sehr viel im Spiel gibt. Es leidet in zweifacher Form so ein bisschen darunter, unter dieser Struktur, weil A halt natürlich, wie du sagst, du startest das Spiel und da ging es mir exakt genauso. Also ich hatte noch größere Schwierigkeiten, mit diesem Spiel irgendwie loszulegen, als du in der Wahrnehmung, weil ich war da sehr erschrocken von. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe ja auch jetzt vorher, dann auch nicht auf einer spielerischen Ebene, mich da so mega groß informiert. Und als ich dann gesehen habe, es ist ja wirklich das, hier ist ein Turm. Gehen wir zum, klettern wir mal den Turm hoch, drücken Knopf und dann zoomt es auf die Karte raus und dann ploppen drei, vier Icons auf und dann kannst du halt zu denen hinrennen. Und dann hast du dort ein Quicktime-Event, was immer das Gleiche ist, oder einen simplen Kampf und dann kriegst du halt deinen Haken auf deiner Map und dann kannst du das machen. Und das ist halt als Erkundung nicht spannend. Das ist so Baseline, wie es geht, und das ist als Erkundung nicht besonders spannend. Und das zweite Problem ist, dass halt die Belohnungen sich nicht so richtig lohnen. Meiner Erfahrung nach zumindest. Denn du machst es als Belohnung nichts für was Großes Inhaltliches. Du bekommst immer mal wieder so Datalogs dadurch freigeschaltet, die dir so einen Textbatzen über die Region erzählen, in der du da unterwegs bist. Aber ansonsten ist die zentrale Belohnung eigentlich, dass du halt eine Währung dafür bekommst. Und für diese Währung kannst du dir neue Materia holen. Bei dem Charakter, bei Chetley. Und die sind halt, also meine Frage nach ist, dass da meistens eine Materia ist, die ich sehr haben will. Und dann gibt es da noch ein paar, wo ich sage, ja, die nehme ich auch. Aber jetzt nichts, wo ich sage, da lohnt es sich jetzt so reinzuputtert für. Und da bekomme ich jetzt wirklich coole Dinge drin. Vor allen Dingen, und das finde ich dann ist die große Enttäuschung, es ist halt nicht auf einer erzählerischen Ebene, dass du dir belohnt wirst. Es entstehen in den Sidequests, die erzählt sind, da gibt es coole Sachen, die versteckt sind. Oder die nicht versteckt, weil es ist auch ein Lo-Icon einfach auf der Map. Aber in den wiederholbaren Dingen gibt es keine nennenswerten erzählerischen Aspekte. Und auf diesen beiden Ebenen finde ich auch, ist es dann als Open-World-Spiel nicht besonders spannend. Also ich würde da ein Sternchen reinsetzen, einerseits an die Belohnung, weil die Materia ist nicht nur die, die du dir für die Ressourcen kaufst, die du von Chatley bekommst fürs Erkunden, sondern du schaltest ja auch VR-Missionen frei und für die bekommst du nochmal Erfahrungspunkte und auch nochmal Materia. Achso, die habe ich tatsächlich gar nicht gemacht bisher, deswegen wusste ich das noch nicht. Genau, also das ist so zwei gestaffelt sozusagen. Und bei der Erzählung auch noch ein Sternchen, weil für die meiste Zeit stimmt das. Also du kriegst halt diese Data-Logs und die sind nicht so spannend. Und ich finde auch diese Einbindung von, also ganz generell dieses, ich komme raus in die große offene Welt und habe so dieses, oh komm, das Abenteuer beginnt. Und vom total klaustrophoben Mitgar, wo diese Platte über mir schwebt, komme ich in diese Freiheit der Natur. und das Erste, was ich in der Natur mache, ist mit so einem komischen iPad an einer Halterung rumzugehen, um mit einem AI-Bot zu quatschen, der mir erzählt, ja, hier gibt es faszinierende Natur hier draußen, aber erst erzähle ich dir davon, bevor du sie selber entdeckst. Und das fand ich immens frustrierend, weil das ist keine Erkundung, das ist betreutes Erkunden. Weil wenn ich selber einfach nur rausgehe, um Sachen zu erkunden, dann passiert mir ganz oft, dass ich an Stellen komme, an denen noch gar nichts ist. Also ich komme an ein Haus, da ist nichts. Aber da sieht wichtig aus, aber da ist nichts. Ich komme irgendwie in so eine Arena, aber da ist nichts. Und erst wenn ich irgendwie eine Quest angenommen habe oder wenn mir Chatley sagt, dass da was ist, dann ist da auch was. Und das finde ich ganz grundlegend frustrierend. Aber nicht alles davon ist gleichermaßen austauschbar und langweilig, weil es gibt zum Beispiel diese Quest um die Protorelix. Die wird ziemlich involviert. Das passiert auch über Chatley. Das passiert auch über diese Icons auf der Map. Und die würde ich euch empfehlen, durchaus zu machen, weil da passieren Dinge. Also da gibt es wirklich eine Story und das wird ein bisschen mysteriöser. Genauso wie es ja auch im Spiel die Sidequests gibt, die du auch gerade schon angesprochen hast. Davon finde ich sind auch ganz viele richtig toll. Also mit tollen Erzählungen. Das, was du machst, ist meistens relativ so ein Schulterzug. Oder ein Kampf. Oder du sammelst einfach nur irgendwelche Sachen. Aber zumindest erzählerisch passiert da ein bisschen was. Aber es gibt ja auch ganz viele Minispiele. Final Fantasy VII Rebirth ist das Spiel der Minispiele. Es gibt so unfassbar viel Minigames in diesem Spiel. Also ich würde sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir im Jahr von Like a Dragon Infinite Wave ein Spiel kriegen, dass dieser Art von Minispiel-Flut Konkurrenz macht. Weil ich würde sagen, vor allen Dingen würde ich sagen, dass es halt nichts, also eine der großen Besonderheiten von Final Fantasy Rebirth ist, finde ich, dass diese Minispiele nicht auch, aber nicht ausschließlich Nebenaufgaben sind. Sondern zu wesentlichen Teilen, und zwar in meiner Erfahrung nach, in diesen 20 Stunden, die ich gespielt habe, zu 90 Prozent, sind Minispiele. Und die Sachen, die man vor und nach Minispiel macht, und die generelle, so ein bisschen lustige Erkundung dieser Welt, sind der Punkt des Spieles. Dass du halt Momente hast, wo das Spiel halt sagt, so, dieser ganze Story-Arc, mit dem ist jetzt, du hast hier ein Turnier mit dem Kartenspiel. Und du kannst das in diesem Fall überspringen, wenn du willst. Aber warum spielst du dann das Spiel? Weil hinter diesem Kartenspiel-Turnier sind wesentliche Cutscenes und Gespräche, und zwar eine der besseren Cutscenes in diesem Spiel, ist halt dahinter versteckt. Und generell ist halt, dass der Inhalt, womit ich es ganz immer vergleiche, in meinem Kopf ist das eine Beach-Episode als 100 Stunden JRPG. Ja, und ich meine, du bist vor allem gerade in Costa, das ist voll angekommen. Ja, da kommt es natürlich nochmal dazu. Ähm, aber das ganze Spiel ist genau das bisher. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Stärke des Spiels, aber auch eine wesentliche Schwäche. Ja, es ist schwierig. Ich kenn halt, ich kenn das Hauptspiel nicht. So, ich kenn das Remake. Und das Remake baut, hat dir, hat eine unglaubliche Prämisse von Anfang an, äh, und das Hauptspiel ja auch, dass du halt diesen Start hast, wo du diesen Reaktor in die Luft jagst. Und von da an ist die Geschichte, also sie geht die ganze Zeit, ne? Und du hast immer wieder dann zwischendurch, dann deine, du kommst da runter und jetzt hast du irgendeinen Grund, warum du hier, äh, äh, in deinem Kleid herumtanzen musst oder sonst irgendwas. Du hast immer diese Momente, aber die sind immer vor dem Hintergrund dieser gigantischen Bedrohung und dieses, ähm, Plotz, der dich vorantreibt und den Mysterien, die damit zusammenhängen. Und dann, äh, am Ende verlassen sie halt Midgar. Und hier ist das nicht so, sondern hier sind sie in der Welt und sagen quasi, okay, wir haben diese Stadt jetzt verlassen, wir werden gerade so ein bisschen verfolgt, aber ehrlich gesagt nicht so richtig groß und unser einziges Ding ist, wir suchen halt Sephiroth. Und das machen wir, indem wir den Kundenträgern hinterher rennen. Und das ist so die, die gesamte, der gesamte Story-Rahmen, den es auf Plot gibt. Und das kann ich sagen, es ist auch bisher in meinem Plot nix weiter passiert. Ähm, das ist immer noch das, was sie einfach sagen. Ja, wir rennen halt den Kundenträgern hinterher. Und das ist dann aber in ein Spiel gepackt, wo die ganze Zeit, das ist reine Comedy. Das ist reine, das sind Charaktermomente, das ist Charakteraufbau und das ist konstant der größte Blödsinn, den ich je in meinem Leben gesehen habe, der hier in der Hauptstory passiert. Und das ist dann die Besonderheit, dass sie dann diese Minispiele haben und diese Sachen, die normalerweise versteckt sind, irgendwo nach 100 Stunden Nebenquestaufgabe. Und hier werden die depräsentiert mit AAA-Production-Values. und als Punkt des Spieles. Und das habe ich so noch nie in meinem Leben gesehen. Und das ist sehr beeindruckend, wie viel Aufwand in diesen Quatsch die ganze Zeit gesteckt wurde. Und ich finde, es ist ein Kritikpunkt, weil ich mich absolut alleingelassen fühle in der Welt und weil es für mich auch gar keinen Sinn ergibt, wie sich das präsentiert, dass du diese dramatischen, dunklen Kuttenträger hast, die durch die Welt laufen und die sind dann auf diesem Strand und auf dem Strand passiert dann auch was Dramatisches, aber es wird die ganze Zeit kontextualisiert von hey, ja, naja, ist auch ein bisschen lustig alles. Und es stimmt. Und ich bin sehr begeistert davon, aber auch sehr verwirrt davon, weil der Plot, der wurde wirklich hinter einen Schuppen gezogen und im Kopf geschossen, aber er wurde ersetzt durch etwas, was mir auch ziemlich gut gefällt. Ich finde das total faszinierend, dass diese Perspektive zu hören, Robin, weil du das Hauptspiel halt nicht kennst. Das Hauptspiel, also das ist sehr, sehr nah dran an dem, was Final Fantasy 7 ist. Also es ist erstaunlich, wie jedes kleinste bisschen, bei dem ich mir denken würde, ja, das ist Quatsch, das würde man in einem Remake wahrscheinlich rausschneiden. Nee, hier wird es einfach doppelt so lang und wie du sagst, mit AAA-Produktionswerten inszeniert, der Delfin, ja, der Delfin. Und dann noch mehr davon. Und du denkst dir so, was, was passiert denn hier? Und das ist auf der Ebene wirklich absolut hervorragend. Und du hast auch schon einen wichtigen Punkt gemacht, denn in dem Spiel geht es sehr viel um seine Charaktere. Und das zieht sich durch, weil plottechnisch wirst du noch lange diesen Fall haben, dass sich da nicht viel dran erinnert. Du suchst halt Sephiroth und da passiert relativ wenig, wenn du wirklich nur zusammenfassen willst, okay, was passiert dir jetzt in der Hauptgeschichte von Final Fantasy VII innerhalb des Spielverlaufs von Rebirth? Ist nicht so viel. Stattdessen ist es eher so ein bisschen so wie in Mass Effect 2, dass du dazwischen deine Charakterepisoden hast, wo du mal einen Teil hast, da geht es halt um Barret und dann hast du mal einen Teil, da geht es mehr um Yuffie oder sowas. Und dann bekommen die ihr Time to Shine sozusagen. Und wie ernst einerseits das Spiel, seine Charaktere nimmt und deren Hintergrundgeschichten und deren Emotionen und wie lustig und albern es dann aber auch erlaubt, seinen Charakteren die ganze Zeit zu sein, sorgt dafür, dass die für mich, obwohl sie so überzeichnet sind, obwohl das so großer Quatsch ist, der hier immer wieder passiert, sehr, sehr real wirken und mir super nahe ging. Also das hat sich durchs gesamte Spiel gezogen, dass ich total begeistert war von der Art und Weise und so ging es mir schon im Remake im Vorgänger, wie die Charaktere gezeichnet sind und wie sie in Cutscenes dargestellt werden und auch mit welchem Werf sich dieses Spiel inszeniert, weil es ist die ganze Zeit Theater. Es ist wirklich, alles ist groß und aufbrausend und manchmal ist es auch wortwörtlich Theater und es ist wild, was dieses Spiel da in seinen linearen Passagen vor allem auf dem Bildschirm zaubert und genau deswegen finde ich, ist es so schade, dass einer der Aspekte, mit denen du potenziell die meiste Zeit verbringst in dem Spiel, nämlich das Erkunden der Welt und die Nebenaufgaben, die du dann da drin bewältigst, dass das so austauschbar ist, weil da fehlt die Kreativität, die finde ich durchaus in der Inszenierung und auch in den Minispielen vorhanden ist, weißt du? Ja, und es ist halt immer wieder durchaus aktiv langweilig, gerade bei der Erkundung. Ja, leider. Sie haben halt überall diese, was ja riesiger Twitter-Diskurs war, die gelben, an gelb angemalten Dinger, an denen du hochklettern kannst, Witzigerweise auch manchmal nicht. Also es gibt Passagen, wo die nicht gelb sind, was ich ganz komisch fand. Echt? Das ist mir, glaube ich, noch nicht aufgefallen. Ja, ja. Das passiert auch nicht so oft. Aber das hat für mich in Frage gestellt, warum sie dann an so vielen Stellen doch gelb sind. Also es ist kompletter Schwachsinn, weil es gibt immer noch das UI-Element aus dem ersten Teil, das nämlich ein großer blauer Pfeil unten dahin zeigt, wo du hochklettern kannst. Dass sie gelb sind, ist kompletter Schwachsinn. Das brauchst du nicht. Du hast bereits das UI-Element. Aber das Problem daran ist halt, dass es total langweilig ist. Es ist halt kein Klettern, sondern es ist ein, wie man das von vielen Spielen kennt. Du rennst da hin und dann hältst du hoch auf deinen Analogstick und dann kletterst du da lang, wo es ist. Und es dauert einfach lange. Es ist langsam. Also es ist jetzt nicht realistisches Klettern, aber es ist durchaus langsames Klettern. Und du hast ja eine Chocobo, das können dann an Wänden hochrennen. Oder nicht rennen, eben nicht, sondern laufen. Und dann gibt es wirklich Stellen, weil auf dieser Map, auf dieser zweiten Map, um mal zu, vollumfänglich zu merken, was es denn hier gibt, habe ich auch mal alles gemacht. Und dann gibt es halt Orte, wo du hinklettern musst, um Sachen zu erreichen, wo du wirklich 20 Sekunden am Stück nur nach oben hältst. Und dann geht langsam diesen riesigen Berg hoch. Und halt immer wieder. Und genau, das passiert immer wieder. Und das ist schon echt, echt langweilig. Und diese Erkundung hat da leider nicht das, was das Kampfsystem hat, nämlich diese extreme Qualität. Es gibt einfach keine Bewegungsoptionen, die du hast. Nee, das Eingartige, ich will da noch mal kurz reingrätschen, weil mir ging es da genauso. Ich finde auch, die machen ja von Gebiet zu Gebiet, geben sie dir navigationstechnisch immer mal wieder was Neues. Also ein Chocobo kann dann was anderes. Du sagst ja, die im zweiten Gebiet können ja so Wände senkrecht hochgehen. Aber oft sind diese alternativen Navigationsdinger eher etwas, das den Fortschritt in der Spielwelt verlangsamt oder krass einschränkt. Also dass ich halt sagen muss, nee, ich kann hier gerade nicht lang, weil ich muss hier erst mal so lang. Und dadurch, dass das dann langsam passiert, wie auch so ziemlich jedes Schieberätsel im Spiel, das langsamste Schieberätsel ist, das du haben kannst. Weil die Charaktere wirklich, ich habe noch nie jemanden so leger eine Kiste schieben sehen, wie Cloud oder Barrett oder Co. mit dem auch immer du es gerade machst. Und das finde ich halt so schade. Und das andere ist, dass das gepaart mit den im Schema aufgebauten Open-World-Elementen dazu führt, dass du so eine homogenisierte Art hast, wie die Welten aufgebaut sind. Du siehst immer die gleichen Türme, egal wo du gerade bist. Du siehst immer die gleichen Bänke für die Chocoboos, egal wo du gerade bist. Und auch diese Chocoboos, die dann senkrecht die Wände hochklettern können. Als mir das erklärt wurde von einem NPC, dachte ich erst, ah cool, das ist ein bisschen wie im Original-Spiel, wo es ja auch Chocobos gibt, die musstest du halt züchten. Das hat dann noch anders funktioniert. Die konnten dann halt über Berge gehen auf der Open-World-Map. Also wenn da ein Berg war im Weg, konnte es einfach drüber gehen mit dem Chocobo. Und später hast du den Golden Chocoboo gehabt, der konnte dann einfach überall hin. Und das war so ein Element. Und ich dachte, das holen sie wieder. Aber nee, der kann nicht einfach über Berge gehen. Der kann einfach an speziell dafür vorgesehenen, extrem senkrechten, mit Pfeilen markierten Wänden hochrennen, die in dieser Spielwelt überhaupt keinen Sinn ergeben. Also das ist ja auch von der Geschichte der Welt total wild, dass es diese Art von Wände dort gibt, dass die gemacht wurden für Chocobos. Das ist totaler Humbug. Und das finde ich auch so schade, weil dafür, dadurch, dass das hier alles drin ist und dadurch, dass ich die ganze Zeit in diesem Cyber-Thema drin bin mit Chatley, der mir die ganze Zeit im Ohr ist, wenn ich Sachen erkunde, habe ich auch nie das Gefühl, ich erkunde hier die Natur. Sondern ich bin immer irgendwie verbunden mit der Technologie auf eine Art und Weise, wie man jetzt argumentieren könnte, ist vielleicht Absicht wegen Shinra und wie sie hier ihren Einfluss auf die Welt ausüben. Das mag sein, hätte man aber deutlich schöner machen können als es hier der Fall ist. Ja, das finde ich auch. Und ich finde, es ist ein großer Kontrast zu den Sektionen, in denen du tatsächlich dann mal in der Stadt unterwegs bist oder sonst in der Örtlichkeit oder in der Story-Sequenz, weil diese Naturgebiete halt eben nicht lebendig wirken, sondern sie wirken extrem statisch, sie wirken extrem mechanisch. Du hast nicht das Gefühl, du läufst jetzt nicht da durch und dir kommt irgendein NPC entgegen und du kannst den grüßen. Es gibt fast gar nichts Dynamisches. Ganz genau. Das ist alles extrem spielmich. Wie gesagt, wie in so einem Ubisoft-Spiel man das oft auch kennt, obwohl ich würde sagen, da gibt es ein, zwei, die das schon ein bisschen besser gemacht haben. Aber es ist schon sehr, sehr vergleichbar. Und auch noch der Unterschied zu Ubisoft, zumindest zu den früheren Ubisoft-Spielen, ist, dass deutlich mehr Icons auf der Map waren. Also es ist jetzt nicht so, dass eure Map zugeklatscht ist mit Icons. Es ist überschaubar und immer zu bewältigen. Aber es ist trotzdem, dadurch, dass du es immer und immer wieder machst, kommst du immer wieder in diesen gleichen Rhythmus rein. Und das wird dann leider ermüdend. Genau. Aber es ist halt im Kontrast so krass, weil diese Gebiete, wo du dann unterwegs bist, wo dann die NPCs tatsächlich herumstehen und reden, das ist unglaublich, wie viel Aufwand da reingesteckt wurde. Ja. Weil du bist dann in irgendeinem Gebiet und in der Stadt meinetwegen und überall stehen ja NPCs rum. Und das war ja auch schon so im vorherigen Remake so. Hier ist es ja so, dass du mit nur sehr wenigen Charakteren wirklich interagieren und sprechen kannst auf Knopfdruck. Sondern stattdessen ist es so, wenn du halt an Leuten vorbeiläufst und sie anguckst, dann hörst du einfach deren Gespräch. Und kannst dann halt weiterlaufen, wenn du willst, oder stehen bleiben, um denen zuzuhören. Und das ist völliger Wahnsinn, wie hier in diesen Ortschaften gefühlt hunderte Leute stehen, die alle Gespräche miteinander führen. Auch manchmal gar nicht so kurze, sondern wirklich längere Gespräche führen, die dann auch animiert sind regelmäßig, wo du, wenn du mal stehen bleibst, dass du halt da Leute wirklich interagieren siehst miteinander und das halt komplett ignorieren kannst und auch größtenteils, glaube ich, meistens ignorierst, weil du ja, du hast ja einen Grund, warum du irgendwie durch ein Gebiet läufst. Und wenn du nicht dir eine Stunde Zeit nimmst, um in Schrittgeschwindigkeit vor jedem fucking NPC stehen zu bleiben und zu hören, was der zu sagen hat, bekommst du das meiste davon gar nicht mit. Das ist auch durchaus ab und zu zu viel, weil mir ging es ab und zu so, ich will jetzt halt irgendwo hin. Und das ist auch gerade, vielleicht hat das gerade einen Grund, warum ich da schnell hin will. Vielleicht wirkt das gerade doof, hier stehen zu bleiben. Ich laufe jedenfalls zielgerichtet irgendwo hin und wirklich 35 Gespräche gleichzeitig starten im Hintergrund, eine Stimmen-Kakophonie überlagert sich, 45 Untertitel laufen links am Bildschirm entlang. Da ist es dann natürlich ein Nachteil, aber das ist ehrlich gesagt ein Nachteil und ein Kritikpunkt, den ich gerne dafür in Kauf nehme, dass da so unglaublich viel Aufwand reingesteckt wurde, überall lebendig wirkende NPCs reinzufügen. Und ich meine, im Original hattest du deine Handvoll NPCs da stehen, mit denen du halt reden konntest. Und das ist so das Äquivalent davon, dass du halt ganz viele Leute hast, die einfach so reden, die ihre eigenen Gespräche führen und du kriegst dann halt dadurch auch ein bisschen Worldbuilding mit, weil die ja auch immer wieder Sachen kommentieren, die vielleicht gerade in der Story passiert sind, was ganz interessant ist. Weil wenn zum Beispiel Shinra irgendwas gemacht haben, dann wird das auch im Radio abgespielt und dann unterhalten sich auch manchmal Leute drüber. Ja, das finde ich auch toll. Generell wie, mit wie viel Aufwand auch die Städte rekreiert wurden, die ich halt vorher nur aus diesen festen Kameraperspektiven, diesen vier, fünf Perspektiven kannte. Und jetzt kann ich da durchlaufen und das ist wirklich riesig und teilweise deutlich größer als im Original, was mir in den meisten Fällen gefallen hat. Es gibt auch so Ausnahmen, wo ich dann dachte, na, hier gefällt mir vielleicht die Originalvision ein bisschen mehr, weil es ein bisschen was Heimelicheres hatte. Aber grundsätzlich ist das wirklich krass, wie offensichtlich verliebt diese Devs auch in dieses Originalspiel waren, weil halt so ziemlich, also nicht alles, alles, aber gefühlt alles hier drin steckt. Und sie gesagt haben, die Charaktere, die im Original so ein bisschen extravagant waren und so ein bisschen weird, die nehmen wir uns und wir machen sie noch weirder. Sie werden noch extravaganter und sie werden noch theatralischer. Und das liebe ich halt total. Dafür bin ich ja total zu haben. Das sind ja meine Lieblingsstellen an Final Fantasy VII Remake und das sind auch meine Lieblingsstellen hier, weil dieses Spiel immer wieder so witzig ist. Du hast ja gerade das alles in Junon gemacht und ich fand das alles hervorragend. Das fand ich ganz wunderbar, was da passiert ist in diesem Spielabschnitt. Und da kommt auch noch richtig viel. Und das wird dann auch noch dramatisch. Das wird sogar noch richtig dramatisch. Und da wird auch noch viel passieren, auf das ich jetzt nicht groß eingehen möchte, weil natürlich es ist der Nachfolger von Remake, wo ja am Ende auch gesagt wurde, die neue Reise beginnt hier. Auch trotzdem ist das hier alles Remake. Also viel ist einfach das, was du im Original gemacht hast. Du gehst diese Schritte nach und immer wieder sind so neue Elemente reingestreut. Immer wieder sind so Sachen anders. Und am Ende passiert dann alles auf einmal. Könnt ihr euch ja denken, ist ja ein Remake auch schon so. Werdet ihr ja dann auch selber sehen. Und da muss ich meine Gefühle selber noch ein bisschen sortieren zu der Geschichte insgesamt von Rebirth, was es so macht mit der Story. Das habe ich ja gerade erst durchgespielt. Das kann ich noch nicht so in Perspektive bringen. Aber grundsätzlich, als ich diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, okay, ich lasse den Nebenquest kramen, weil das kannst du ziemlich gut machen, ab einem bestimmten Punkt hinter mir und konzentriere mich nur noch auf die Hauptstory und auf die designten Missionen, die es im Spiel gibt, wo es dann wirklich sowas hat von einem linearen AAA-JRPG. Da hat es mir deutlich mehr Spaß gemacht. Da sind zwar auch immer wieder Sachen dabei, wie auch in Remake, wo ich dachte, okay, hier wird jetzt gestreckt, um zu strecken, nicht wirklich, weil das, was wir hier gerade machen, wahnsinnig spaßig ist. Aber es hat halt einen viel besseren Flow entwickelt, weil das ist so ein bisschen das, was auf der Strecke bleibt. Es hat so einen ziemlich schlechten Spielfluss, wenn du anfängst, alles zu machen. Weißt du, weil es ist sehr zäh. Es hat halt kein Pacing. Es hat kein Story-Pacing, das dich vorantreibt. Ich glaube, das ist ein noch größeres Problem, wenn du wie ich das Original nicht kennst, weil du es und generell Fans es halt einfach in den Kontext des Vorgängers setzen können und dann auch in den Kontext des Ursprungsspiels. Ich habe den Vorgänger seit vier Jahren, glaube ich, nicht gespielt, als der rauskam. Ich habe Integrate dann mal gespielt, aber ich habe Remake jetzt nicht noch mal durchgespielt oder so. Das heißt, ich bin aus der Story ein bisschen raus. Ich habe mir die dann auch noch mal angeguckt in so einer Zusammenfassung. Und das war auch gut. Aber ich war eines aus der Story raus und ich war aus dem Gameplay raus. Und das Spiel startet dann einfach und sagt dir halt, ja, einen neuen Story-Strang, der jetzt dramatisch sich und dich vorantreibt, wie man das von einem JRPG kennt, gibt es gerade nicht, ehrlich gesagt. Renn halt dahin, weil da ist vielleicht jemand, aber wahrscheinlich ist der nicht da. Und spielerisch hast du hier deine, ich glaube, es sind fünf, sechs, sechs Charaktere, hier hast du deine fünf oder sechs Charaktere, die alle die Moves, also die Kern-Moves, nicht jetzt alle Skills, aber die Kern-Moves können, die sie auch im Vorgänger kannten, plus Red XIII. Und die haben alle unterschiedliche Gameplay-Arten. Die Steuerung ist im Kern dieselbe, aber die haben alle so ein bisschen ein extra Ding, wie sie funktionieren. War ich komplett überfordert von. Komplett. Das waren halt so viele Charaktere, für die ich von Anfang an rumswitchen können. Es gibt so kurze Texttafeln, die dir das kurz erklären, aber wenn du die halt fünfmal siehst, für fünf Charaktere, war es mir nicht möglich, mir das zu merken, wie die nochmal funktionierten. Und ich hatte wahnsinnige Schwierigkeiten, in dieses Gameplay wieder reinzukommen, weil es eben nicht den logischen Bild ab, der vielleicht ein bisschen zu langsam war im ersten Teil, aber trotzdem einen logischen Gameplay-Bild abgibt, in der Form, sondern du hast es halt im Kern alles. Da musste ich mir wirklich ganz bewusst Zeit nehmen und hab dann zum Glück die ausführlicheren Tutorials bei Chatly gefunden, wo es halt für jeden einzelnen Charakter ein eigenes interaktives, wichtig, interaktives Kampftutorial gibt. Das hat dann eine Stunde gedauert oder so etwas. Und ich hab auch die manche ein- oder zweimal gemacht. Und dann war ich wieder drin. Und was dann auf dem Erzählerischen bei mir bis jetzt immer noch der größte Kritikpunkt geblieben ist, ist auf der spielerischen Ebene komplett weggefallen, weil ich glaube, das ist so ziemlich das beste JRPG-Action-Kampfsystem, das es gibt, glaube ich. Das ist so eine auf den Punkt genau gelandete Zusammenführung von dem klassischen JRPG-Taktik-Anteil und dem modernen Kampfsystem, was so Final Fantasy 15 und 16 so versuchen zu erreichen. Ich finde, das hier ist die Erfüllung davon. Und das war im Vorgänger schon in Teilen so. Und meine Erfahrung ist, das ist hier auch so jeder Bosskampf, jeder designte Kampf, wo ich dann auch neue Charaktere, Gegner habe und so, das macht mir so viel Freude zu erkennen, wie ich hier am besten herangehe und wie ich meine Charaktere durchwechsel. Das finde ich absolut göttlich großartig. Ja, also geht mir tatsächlich sehr ähnlich. Dieses Durchschauen der Mechaniken für jeden einzelnen Charakter, und es kommen ja noch neue dazu, und auch die haben komplett eigene Mechaniken. Sie werden tendenziell eher komplizierter, aber auch cool. Also sie werden wirklich cool. Wenn ihr Integrate gespielt habt, kennt ihr ja zum Beispiel Yuffie. Und Yuffie spielt sich ja nochmal anders mit ihren Ninjutsu der verschiedenen Elementklassen. Und die macht mir auch total viel Spaß. Und das fand ich total befriedigend, mir da so eine Party zusammenzustellen und dann auch wieder so ein bisschen ins Materia-Building reinzukommen. Also in der Art und Weise, wie man sich in ein Bild bastelt mit seiner Materia. Auch wenn das nie auf das Niveau des Hauptspiels kam, weil dafür die Materia hier einfach zu, also teilweise ein bisschen gegimpt ist, weil sie dir harte Limits geben für bestimmte Boni. Und es ja auch nicht mehr so Sachen gibt, wie die alle Materia aus dem Hauptspiel. Das war einfach Materia, die gesagt hat, was du hiermit verbindest, das trifft alle. Entweder Gegner oder deine eigenen Leute. Sowas hast du ja dann hier nicht mehr. Trotzdem gibt es ziemlich viel Materia. Gerade eher in der zweiten Spielhäfte, in der ersten Spielhäfte, fand ich, war es für mich noch so, da habe ich noch nicht viel mitgemacht. Da habe ich so drei, vier Sachen geslottet. Und so viele Slots hast du ja auch einfach nicht. Also kannst du ja dann bestätigen, meintest du ja gerade, da ist noch nicht viel. Und in der zweiten Spielhäfte wurde das dann, finde ich, deutlich spannender. Da habe ich dann auch wirklich mal Sachen umgebaut und habe mir aus Cloud ein absolutes Nahkampf-Monster gemacht. Ich war immer auf dem Level, dass mir die Quest gerade empfohlen hat, auf der ich bin, auf der Hauptmission. Ich habe halt alles demolished, außer die Bosse. Weil bei den Bossen musst du wirklich spezifische Herangehensweisen benutzen. Aber meine Güte war das Satisfying, weil dann da auch die neuen Synergiefähigkeiten eine Rolle gespielt haben. Weil es gibt Synergie-Skills und Abilities, heißen sie im Englischen. Ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen genannt haben, diese Distinction zwischen den zwei Sachen. Wahrscheinlich Fähigkeit und Talent oder so etwas. Bestimmt, irgendwie so. Aber das eine sind Sachen, die kannst du einfach, wenn du Blocken gedrückt hältst, mit den Face-Buttons machen. Die kosten nichts. Die bauen ATB-Leiste auf, also das, was du brauchst, um Skills zu benutzen. Und die musst du freischalten in so einem separaten Skillsystem. Und dann hast du noch die Abilities, die Synergie-Abilities. Die kannst du machen, wenn du so eine bestimmte Voraussetzung erfüllt hast. Und das sind dann wirklich wie so eine Limit-Break eigentlich, so eine designte Manöver, die halt Charaktere zusammen machen, um entweder ihr Limit-Level zu erhöhen oder sowas zu machen, wie die Stagger-Leiste zu erweitern oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das hat, finde ich, nochmal extra Spaß gemacht, diese ganzen Synergiefähigkeiten, wie ich sie benutze, rauszufinden. Weil es gibt so ein paar Charge-Moves, die du kriegst. Power-Cleave und Spell-Blade heißen sie, glaube ich. Alter, hauen die rein. Holy Shit. Also gerade, wenn du diese kleinen Monster damit triffst, weil es dauert auch so eine Weile, bis Cloud dann seinen Move damit aufgeladen hat und dann slamt er sein Schwert auf den Boden. Das ist so satisfying. Da hat es mich immer wieder daran erinnert, wie Crisis Core funktioniert hat, weil in Crisis Core wurdest du auch zu einem absoluten Monster, das halt alles zerstören konnte. Da haben sie dir auch deutlich weniger Limits mit der Materie ergeben. Da war der Punkt, dass du total am Rad drehst. Und ich meine, ich glaube, da kommst du auch in Rebirth noch hin. Ich bin einfach noch nicht an dem Punkt, aber ich glaube, es geht. Ja, aber kann ich dir nun zustimmen, super satisfying. Hat aber, finde ich, auch immer wieder diese Final Fantasy-typischen Sachen von manche Statuseffekte der Gegner sind einfach scheiße. Klar kannst du Sachen dagegen machen, aber die sind so nervig. Ich finde, das ist zwar etwas, auf das kann ich mich vorbereiten. Es macht mir nur gar keinen Spaß, da jetzt immer mich extra drauf anzupassen, auf so bestimmte Sachen. Und dieses Abbrechen vom Casting deiner Fähigkeiten, das ist auch etwas, wo ich nie so richtig mit warm geworden bin. Das nervt an manchen Stellen schon hart. Gerade wenn du einen Boss hast, der entweder sehr schnell angreift oder du bist umzingelt von Gegnern. Was sie aber, wo du über Abbrechen rittst, also soweit volle Zustimmung, was sie deutlich besser gemacht haben, in der Zeit, in der ich gespielt habe, das kannst du sagen, ob das so bleibt oder ob sich das noch ändert. Im ersten Teil war es gefühlt von Anfang an, ich weiß nicht mehr, wann es losging, aber es war zumindest ein wirklich allgegenwärtiges Problem, dass halt die Bosse so viele Phasen hatten, dass du ständig, dass irgendwie diese Help-Leiste unsichtbar in vier Teile unterteilt war und du halt ständig dein super, mega, limited, alles macht kaputt, Meteor-Zauber-Move, genau dann startest, wenn du ihm nur noch ein HP abziehen kannst und dann startet halt eine Cutscene und dann geht der SS weiter danach und deine ganze Leiste ist verbraucht. Das ist mir bisher wesentlich seltener untergekommen. Das wirkt auf mich wie eine bewusste Entscheidung. Verdammt doch mal, das ist so scheiße. Und die zeigen das nicht irgendwie, dass man einen Punkt in der Helfbar hat, wo man, das ist so eine offensichtlich schlechte Gameplay-Mechanik. Goddammit. Es gibt halt, die Lebensleiste des Bosses wird dann halt so grau und hat so ein Verbotenschild drüber, dass du halt dann weißt, okay, jetzt kannst du keinen Schaden mehr machen. Aber das ist ja zu spät dann, ne? Genau, das siehst du dann meistens, wenn du schon voll draufgegangen bist. Ja, ja. Das gibt's leider immer noch. Aber die Bosse, also das Spiel dreht halt noch völlig am Rad. Also es ist absurd, was das an Bossgegnern dir inszeniert in seiner Hauptstory und teilweise auch in seinen Nebenaufgaben. Also da gibt's manchmal auch echt coole Sachen. Wir haben da jetzt auch schon sehr positiv über die Produktionswerte gerät. Da würde ich gerne auch noch mal ein Aber reinwerfen, reinschmeißen, weil du halt viele wirklich hervorragende Produktionswerte in den linearen Sequenzen und Zwischensequenzen vor allen Dingen hast. Das Spiel sieht aber, ich würde sagen, in den größten Teilen, in denen ich's gespielt habe, eher unterdurchschnittlich aus. In der Umgebung vor allen Dingen. Weil man halt sehr viel in der offenen Welt unterwegs ist. Aber es hat, wie ich finde, auch in den linearen Sektionen, wenn man irgendwo ist, wo man immer hin muss, genau dieses Problem, was auch der Vorgänger hatte, wenn man das mal an der ikonischen Low-Poly-Tür festmachen will. Es gibt hier in jeder Sequenz mindestens eine Low-Poly-Tür. Also es ist die Texturschärfe vor allen Dingen. Und das ist in beiden Grafikmodi der Fall gewesen. Ist regelmäßig so, dass es mir aktiv auffällt. Und ich sage, oh, wie sieht das denn gerade aus? Also wo es halt aussieht, wie ein Cross-Gen-Spiel auf jeden Fall. Aber auch nicht ein besonders hübsches PS4-Spiel in diesen Sequenzen immer mal wieder. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das einfach die Engine ist, die nicht für ein Open-World-Spiel gedacht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann da nur spekulieren. Aber so oft wie das Spiel grafisch beeindruckt, finde ich, sieht das Spiel auch grafisch immer mal wieder nicht beeindruckend aus. Und wie ein Spiel, was fünf, sechs, sieben Jahre alt bereits ist. Ja, also es hat immer wieder seine Momente, wo ich finde, es ist fast immer die Texturqualität, die niedrig ist. Wo ich dann auch denke, ja, okay, mit einem PC-Release wird das dann hoffentlich noch mal schöner aussehen. Weil Performance und Grafikmodus oder Quality-Mode haben keinen Einfluss auf den Detailgrad des Spiels, sondern nur auf die Auflösung und die Framerate. Und die Auflösung ist auch leider sehr, sehr niedrig im Performance-Modus, wo du es mit 60 Frames die Sekunde spielst. Ich habe es trotzdem in dem die ganze Zeit gespielt. Habe mich da dann sehr dran gewöhnt und finde auch gerade, die Cutscenes leiden da nicht groß drunter. Das ist vor allem die Navigation in den offenen Gebieten, die drunter leidet, weil das dann in der Distanz sehr matschig wird, was dir da präsentiert wird. Auch da, es ist so ein bisschen, ich kann eigentlich den gleichen Satz sagen, den ich über Final Fantasy VII Remake gesagt habe. Nur war das noch die PS4-Version? Nämlich, dass ich mir direkt wieder einen Remake hiervon wünsche. Also beziehungsweise einen Remaster, besser gesagt, dass das halt mal aufpoliert, weil das hätte diese Optik verdient. Weil so rein von dem, was dargestellt wird, ist es ja oft hübsch. Auch wenn, wie gesagt, die offene Welt, finde ich, immer wieder kaputt gemacht wird durch die Türme und den ganzen gleichen Kram, der da drin steckt. Aber viele der Gebiete, die Städte zum Beispiel, die du erwähnt hast oder gerade die Städte, die sind halt super cool designt. Es ist ja nie so, dass du irgendwie einen Grid hast von vier Straßen und alles sieht gleich aus, sondern alles ist immer irgendwie neu und was anderes. Ganz genau. Das ist ja die große Stärke des Spiels, dass du da ganz, also das gilt, wie du sagst, das gilt nicht für die offenen Welten. Die ähneln sich sehr. Auch jetzt Costa del Sol, offene Welt, wo ich draußen rumrannte, sah sehr aus wie die erste offene Welt, in der ich rumrannte. Obwohl es eigentlich die Beach, das ist sehr schön zu hören. Und gerade bei Costa del Sol, weiß ich nicht, ich stand dann am Strand und da ist dann das Meer und diese Grenze von diesem Wasser zu Strand, wo dann das so vorschwappt, ist einfach eine feste, harte Linie, wo es keinen Schaum gibt, wo es nichts gibt, sondern es ist einfach so eine Wasserlinie, die vor und zurück geht. Und ich hab mir das eine Weile angeguckt und bin da lang gelaufen. Also es gibt dann so sehr, sehr niedrig texturierte Wasserschaum, der manchmal drüber gelegt wird. Aber halt nur selten. Und ansonsten ist es wirklich so eine feste Grafiklinie, die sich vor und zurück bewegt. Und das sieht richtig mies aus. Das sieht wirklich richtig, richtig mies aus. Und ist halt so ein Gebiet, in dem du fest bist, wo auch Story-Ereignisse geschehen. Und dann hast du wieder die extrem beeindruckenden Spezialeffekte und Cutscenes in anderen Momenten. Das Character-Rendering ist vor allem, also von den Hauptcharakteren spezifisch, ist absolut gut in dem Spiel. Ja, also das ist so ein bisschen das ja, was sich durch unser Gespräch zieht. Extrem hohe Höhen, aber fast immer auch noch ein Aber, was man dazu sagen kann. Und für mich ist halt, dass das Positive ist, die Abers sind nicht so groß wie die Pro-Punkte. Es sind Abers, die mich stören und auf die ich gerne verzichten würde und die ich gerne besser hätte. Aber die guten Momente, die sind so gut, dass sie in meiner Wahrnehmung überwiegen oder dass sie mich mehr beeindrucken als die negativen Punkte und mir das runterziehen. Aber ich kann nicht genug betonen, wie sehr ich mich anstrengen musste, um die ersten fünf Stunden zu überstehen, weil ich so erschrocken davon war, wie wenig Mühe es gibt, dich wieder in die Geschichte reinzuziehen, dich in die Charaktere einzuziehen, sondern einfach halt sagt so, so, jetzt sind wir hier und jetzt rennen wir halt ein bisschen geradeaus. Mal gucken. Und es gibt keinerlei Bemühungen, dich in irgendeiner Art und Weise wieder in die Geschichte oder in die Welt reinzuziehen. Und ich finde, das gilt auch für die Charaktermomente. Es hat sehr wenig davon. Es hat sehr viel, also in der Anfangszeit. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo mal Barrett ernst wird. Und wo es irgendwie um die Barrett-Hintergrundgeschichte geht, die ich jetzt noch nicht groß erlebt habe, aber wo bereits angekündigt und angeziescht wurde, das geht jetzt los. Man hat ein bisschen mit Tifa und Aerith am Anfang, aber ansonsten ist es davon nicht sehr viel, sondern hauptsächlich halt also entweder austauschbare Sidequest-Sachen oder Happy-Go-Lucky lustige Momente, die halt cool sind, wenn sie unterstützend sind, aber da hätte ich mir wesentlich mehr gewünscht, dass sie erkennen, dass sie mit Rebirth ein eigenes Spiel machen, das immer noch einen eigenen Spannungsbogen braucht. Und stattdessen sind sie gerade in der Geschichte unten in dem Spannungsbogental, weißt du, wo es entspannt ist und gut ist, aber da startet es einfach und da bleibt es dann auch für eine ganz lange Weile. Du bist ja auch im Verhältnis des Hauptspiels an dem Punkt, an dem jetzt der lineare Vier-Stunden-Prolog vorbei ist und du dann in die offene Welt kannst und erst mal sagen kannst, na, ich guck jetzt mal, ich mach jetzt mal so ein bisschen. Das ist ja genau der Vibe, mit dem das Spiel dann auch anfängt und das ist halt seltsam für ein komplett eigenes Spiel. Und es hat auch, also es hat ja auch kein richtiges Ende, Ende, logischerweise. Also die Entwickler haben ja auch schon öffentlich gesagt, wo es endet, ich sag's jetzt trotzdem nicht nochmal für die Leute, die es nicht wissen wollen. Aber ja, bei mir war halt das mit der Story kein Problem, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. Es war so ein, ja, okay. Und ich genieße dann ja vor allem auch die neuen Sachen, die drin sind im Vergleich zu dem, was ich kenne. Aber das mit der Welt hatte ich auf jeden Fall. Also eine der ersten Sachen war, ich sehe in der Distanz so einen Mogri-Baum, von den Mogels und gehe da hin und dann kommt so ein Tutorial-Pop-up, das mir sagt, ja, hier sind die Mogri-Bäume, da kannst du das machen, guck doch mal hin, was da ist. Und dann mache ich das Tutorial weg und dann komme ich näher dran und dann kommt Chatley auf deinem Bildschirm. Hi, hier ist ein Mogri-Baum. Da kannst du ja mal gucken, was hier jetzt dahinter steckt. Die gibt es auf der ganzen Welt verteilt. Und ich denke mir so, Alter, lass mich doch einfach hingehen. Weil ganz, also wirklich 90 Prozent des Chatley-Dialogs ist absolut redundant. Es ist einfach nur, und er ist leider auch nicht gut eingesprochen, finde ich, im Englischen. Das stört mich weniger, aber die Sachen, die er sagt, sind halt so, so bemutternd. Und das brauche ich nicht in so einem Spiel. Lasst mich doch, lasst mich doch die Freiheit spüren, die so eine Welt mit sich bringt, wie im Original auch. Wobei man dazu sagen muss, eine große Freiheit hat es eigentlich sowieso ja nicht, weil du hast ja schon gesagt, dass das keine wirkliche, offene Welt ist. Du kannst ja nicht frei erkunden. Du bist ja nicht in einem irgendwie, weiß ich nicht, Stogma Gothic-mäßig oder Skyrim oder sonst irgendwas. Was ich halt wesentlich interessanter gefunden hätte als Open-World-Konzept. Sondern du hast das eine Gebiet, das erste große Gebiet und da machst du dann das, was du machen kannst und dann gehst du ins nächste große Gebiet oder ändert sich das noch? Nee, die sind, die schließt du nicht einfach ab. Du machst dann schon nochmal, also es kommt drauf an. Beim ersten Gebiet auf jeden Fall, würde ich sagen. Obwohl, nee, stimmt auch nicht. Es gibt noch Gründe, dahin zurückzugehen und es gibt noch ein Sternchen, das ich an dieser Aussage hängen möchte. Ich will es aber einfach nicht weiter daraus führen. Aber die Struktur ist trotzdem die ja, dass es voneinander getrennte, einzelne Gebiete sind. Größtenteils, ja. Es ist jetzt nicht wie in einem Oblivion die eine große Welt, wie du dich bewegst. Das ist auch dein Last-Zeiten, aber trotzdem gibt es noch ein Sternchen. Genau, es gibt noch Gründe zurückzukehren und Verbindungspunkte, bin ich gespannt da noch zu sehen. Ja, gemeint. Ich freue mich sehr, das weiterzuspielen. Ich bin da echt gespannt drauf, mehr zu sehen. Ich tatsächlich auch. Ich bin durch und will trotzdem noch, es gibt noch Goldsauce-Sachen, die ich machen möchte, es gibt noch Nebenquests, die ich machen möchte, es gibt noch so sicherlich auch Endgame-Geheimnisse, die ich noch gar nicht kenne, die ich noch erschließen möchte. Und mir macht halt auch dieser Charakterausbau Spaß, obwohl dieses Skillsystem, über das haben wir nicht groß geredet, dieses Foliosystem mit den Büchern, wo du jetzt so ein neues Mini-Sphéro-Brett bekommst, dafür hast du halt die Waffenskills, also du hast Waffenskills, aber nicht mehr dieses Skillsystem aus dem Vorgänger, weil das das jetzt ersetzt, aber es ist genauso so ein bisschen egal. Also da sind zwar interessante Sachen drin, aber ich finde, man hätte es wesentlich schöner präsentieren können und schöner einbinden können. Ich finde ja, die Progression war einer der großen Probleme des ersten Teils und es ist hier ein größeres Problem geworden, weil sie aus meiner Sicht irgendwie geschafft haben, eine solche Vielzahl von Progressionssystemen einzubauen, dass ich auch nach 20 Stunden immer, ich vergesse, das ist sehr schwer zu greifen, was jetzt welche Progressionen wie wo bringt. Mit dem Party-Level und dem ganzen Kram, ja. Ganz genau. Es ist extrem viel, aber dann solltest du meinen, dann entsteht daraus auch eine Komplexität. Nee, es bleibt immer noch, es ist trotzdem total langweilig und total automatisch eigentlich, was da passiert. Ich habe nicht das Gefühl von einem krassen JRPG oder Rollenspiel allgemein, wo ich unglaubliche Systeme habe, die ich irgendwie freischalte und dieses Sphärobrett, wenn ich mir das Sphärobrett angucke, da werde ich ja erschlagen von Möglichkeiten und Wege, wo ich führe, in dieser Version hiervon, hast du eine ganz wenige Handvoll von Skills und das dauert ewig davon, eins freizuschalten und neue Punkte zu kriegen. Das ist, finde ich, worst of both worlds. Es ist unübersichtlich und übersimpel. Ich wusste gar nicht genau, dass man das so richtig gut hinkriegt. Ich finde, das, was du da machst mit diesen Folio-Upgrades, mit diesen Skill-Punkten, das hätte automatisiert sein können. Das brauche ich nicht als Punkte, die ich selber verteile. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht, war eher so ein bisschen müßig, weil du es ja auch für so wahnsinnig viele Charaktere machen musst. Es gibt übrigens immer noch keine Loadouts, Gott damn it. Weil es passiert schon öfter im Spiel, dass du mal Charaktere nicht mitnehmen kannst und dann musst du Sachen hin und her tauschen und das ist immer noch ein bisschen anstrengend. Die Sache mit der Materia ist halt, ich finde, man hätte da sich vollständig drauf konzentrieren müssen, weil das ist im Hauptspiel so gut. Dieses Materia-Skill-System finde ich so hervorragend und ich finde es schade, dass das hier in so leicht abgeschwächter Form drin ist. Schon noch auf eine Art und Weise, wie ich jetzt an einem Punkt ja auch war, wo es mir wirklich Spaß gemacht hat, mir zu überlegen, okay, wie baue ich meinen Charakter, weil diese Freiheit hast du durchaus noch. Auch mit den Waffen tatsächlich, weil die Waffen bestimmen teilweise auch maßgeblich, welche Statuswerte oder Fähigkeiten du hast. Und da kommt man schon noch wohin, aber erstmal hätte man ein bisschen früher da hinkommen können und es wäre, glaube ich, gut gewesen, sich auf diese eine starke Progressionsmechanik zu verlassen, statt das noch so aufzusplitten auf Party-Level und dann die Folios und es ist irgendwie komisch. Ja. Es ist auch sehr ungreifbar durch die Menüs, weil die Menüs erklären sich wahnsinnig schlecht und wirken redundant. Ich habe gefühlt, es gibt halt, also die Party-Option, seine Party rumzustellen, das finde ich an einem ganz unlogischen Punkt und es gibt mindestens zwei andere Menüpunkte, wo es logischer wäre, dass ich hier die Party umstellen könnte. Und das ist so dieses Gefühl von dem, es ist so schwer greifbar. Warum ist das jetzt hier? Ach, egal, ist einfach so. Ich verstehe tatsächlich, was du meinst, weil mir ging es auch so, dass ich auf den Punkt gegangen bin und dann, ach nee, war ja woanders. Ja, genau. Ich finde auch, nur um das noch zu ergänzen zu diesem Weltengefühl, weil mir gerade das Item-Transmute-Ding eingefallen ist mit dem Crafting, das finde ich ist auch so ein Ding von wegen, brauche ich halt überhaupt nicht in einem Final-Fantasy-Spiel. Ich finde, in einem Final-Fantasy muss kein Spiel sein, bei dem ich Dreieck drücke, um Sachen auf dem Boden aufzunehmen. Ja, 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 ja. Das ist so ganz grundsätzlich. Es ist ein weiteres automatisches Progressionssystem, wo du halt ganz viele Sachen kannst, die du bauen kannst und Erfahrungspunkte dafür bekommst, aber du machst halt einfach das, was du bauen kannst, drückst hier die X-Taste und dann drückst du weiter bei allem, was du siehst, Dreieck wie in Horizon. Genau. Absolute Zustimmung, ja. Na gut, trotzdem, mein Gesamteindruck ist sehr ähnlich zu dem von Remake, nämlich so, da ist eine Liebe vorhanden für dieses Spiel, eine absolute Wertschätzung. Es ist das beste JRPG, das ich seit langer Zeit gespielt habe. Es ist zum ersten Mal wieder dieses Gefühl von Alter, ist das groß? Und Alter steckt hier viel drin? Halt wieder mit diesem Aber von ja, viel davon ist halt auch ein bisschen bla, aber dafür hast du dann wieder sehr viele auch kreative Sachen drin, dieses Hin und Her. Äh, und halt diese absolute Wertschätzung für Charaktere und für Inszenierung und dann dieses Kopfschütteln über manche Spielzeitstreckungen, weil das halt ein sehr aufgeblasenes Spiel ist. Das könnte auch wieder so ein Fall von, könnte wahrscheinlich halb so lang sein und wäre deutlich besser. Das ist so schwierig hier zu sagen, finde ich, weil der Punkt ist ja, die Sachen, wo du schneidest, ist so. Genau, das Spiel ist nichts außer Fluff. Es gibt nicht mehr, also es ist, also natürlich am Ende wird sich's ändern, hast du ja auch schon angedeutet. Es gibt ja guten Fluff und schlechten Fluff. Ja, 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 exakt. Genau. Okay, na gut. Wir werden sicherlich in Zukunft nochmal drüber reden. Vielleicht ja dann auch nochmal mit Story-Stuff müsst ihr mal gucken. Das sonst jetzt aber erstmal gewesen sein zu Final Fantasy VII Rebirth. Wie gesagt, ein bisschen komplizierte Eindrücke, aber ich glaube, insgesamt war es dann doch positiv bei uns beiden. Also ich bin tatsächlich auch erfreut, dass das bei dir dann auch funktioniert hat, zumindest zu großen Teilen. Ja. Ach, Robin. So, damit sind wir durch für diese Woche. Das war's mit diesem Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr uns positive Bewertungen gebt auf iTunes, Spotify und Co., wo auch immer ihr uns denn zuhören mögt. Und natürlich freuen wir uns auch über Unterstützung auf patreon.coms.de und steady.de ist der Schuckt. Denn nur dadurch, durch euch, dank euch, ist Hooked in dieser Form überhaupt erst möglich 5 Euro und ihr kriegt Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wir haben nämlich zum Beispiel gerade erst, hätte ich eigentlich vorhin bei Dead Game News erwähnen können, Gott damn it, gerade erst einen Podcast gemacht, Hooked on Topic, unser zweiwöchentlicher Exklusiv-Podcast über Games as a Service. Und das war, finde ich, ein richtig schönes Gespräch, Robin. Das hat richtig Spaß gemacht. Wie, hast du vergessen? Das zu erwähnen während dieser Diskussion. Genau. Habe ich vergessen zu schneiden, Tom, das ist gar nicht online. Das ist gar nicht veröffentlicht. Ich hoffe, es sollte alles da sein. Nein, es ist da, ich habe es ja auch schon gesehen. Und ja, da unbedingt mal reinhören, ansonsten gibt es ja auch die Soundtrack-Folgen oder so, ist ganz toll. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-Supporter, in eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. BoardPenguin schwingt sich mit zwei Spinnern durch den Big Apple. Chipzar. Crisco hat RobinsF1 Podcast-Cover zum Besten aller Zeiten gekürt. Crushed82. Daniel. Der Pfiffige. Dobsy. Dönis. Dustin. Ejenjas. Firo. First Barto. Florentner Will. Fure96. Gunnar Hildebrandt. Gurkenforelle. Gustian. Hyperion. Jan Lippert. Jan Fieh, der Held. Jean Marcel. Kernspaltkartoffel. Kesselflicken. Kumi. Marc Lammers. Marius von der Mose ist fürs Nier-Konzert 600 Kilometer nach Berlin gereist und dann wurde Emil Schopp nicht mehr gespielt. Matze. McLovin008. Michael. Michael Noritz-Wolf. Miki has traveled to the edge of time to finally watch Robins Spiele des Jahres 2023. Great video as always. Herzchen. Es kommt. Es kommt. Es war so. Oh Gott, ihr wisst gar nicht Bescheid. Er hat es ja schon gesehen und es war super. Matkin. My Despair. Nathalie Bro. Oldsport. Oliver Zirfers. Pan85. Pasta Palast Seenudel. PokeSpidey. Ralle. Rick O. Selenaya. Simon Dupicay. Stu TM. Tommy 88088. Verschlafener Hanni. Why I'm Trying. Zavix und Lasker. Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast, Robin. Viel Spaß noch dir mit Final Fantasy 7 und Persona. Passiert das noch? Ja, spiele ich auch noch. Tatsächlich beides auf meinem Steam Deck. Wie beides? Persona. Ja, Persona spiele ich über Xbox Game Pass, was man ja streamen kann. Ja. Über Steam Deck kann man da einstellen. Und ich habe mir ein auch Remote Play, Playstation 5 Ding hingebastelt beim Steam Deck. Und da habe ich ab und zu mal, wenn ich halt irgendwie, weil für Hauptstorys wollte ich dann schon so genießen können, aber wenn ich halt irgendwie in der Nebenquestsache war oder die Welt durchrannt habe, habe ich es ab und zu auch auf dem Steam Deck gespielt. Und ich dachte mir so, bin ich der erste Mensch weltweit, der gerade Final Fantasy 7 Rebirth auf dem Steam Deck spielt? Also wahrscheinlich nicht, ich denke mal, es wird schon noch irgendjemand anders, aber zu den ersten. Aber ich finde gerade diese Open-World-Aspekte sind, die sind genau das, die werden aufgewertet durch Second-Screen-Gaming. Wenn ihr nebenbei was anderes anmacht, dann dafür sind die da, habe ich das Gefühl. Okay, Tom, Moody sagt Bescheid, gibt Essen. Ach, sehr schön. Dann gehe ich jetzt mal zu, ich weiß es noch nicht, ich werde gleich überrascht. Also irgendwas Reinisches bestimmt. Okay, dann dir guten Appetit, euch danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.